Der Vatertag 99 feiert 25 Jahre Jubiläum und es scheint so, als sollte Christian Hock die Chance nutzen und die Zeitzeugen mal befragen, wie man sich am besten gegen frustrierte Rentner wehrt. Die Achterbahnfahrt geht weiter, die Leistungs-UFC ist so beständig wie das Wetter gerade. Die Sonne kommt mal raus und dann schneit es wieder, aber fest steht, der Sommer wird kommen. Nur einer luchst Ratinho den Titel Zaubermaus ab, Keanu-Staude. All das gibt es hier nur bei uns. Packt den Kicker-Tabellenrechner weg und schmiert euch Freistoßspray in die Ohren, denn hier ist der Offcast. Viel Spaß. Boah, ist das krass. Und dann fange ich auch noch an zu flüstern am Ende des Intros, weil ich so nervös bin, weil ich mich so darauf freue, auf diese Folge. Aber ja, ihr schmiert euch gerade eure Füße ein. Oder ihr habt gerade Feierabend und seid auf der Fahrt nach Hause. Vielleicht, wie immer, habt ihr mal das Bedürfnis gehabt, eine neue Bratwurst zu grillen, weil die im Stadion mal wieder nicht geschmeckt hat. Egal, was ihr gerade tut. Ihr habt uns in den Ohren und wir sind für euch da. Und jetzt kommen wahrscheinlich knapp 90 Minuten geballte Power rund um den UFC. Denn da auf dem Platz inspiriert uns ein bisschen. Aber ich möchte nicht anfangen, ohne meine bessere Hälfte zu begrüßen. Und damit meine ich natürlich den Sebastian. Sebastian, bist du da? Ja, hallo. Ich habe so ein bisschen Gänsehaut bekommen, als du so geflüstert hast dann am Ende des Intros. Ja, das wird irgendwie immer, immer, immer kurioser. Das ist dann so dieser Moment, wo ich Lust habe, loszulegen und euch da draußen natürlich zu begeistern. Mit einer neuen Folge, mit alles rund um den UFC, mit ganz vielen wichtigen Fakten, die ja alle immer stimmen und richtig sind. Dafür sind wir ja bekannt. Absolut. Wir haben noch nie einen Fehler gemacht. Also ich kann mich zumindest an keinen erinnern. Und selbst wenn, würde ich es nicht zugeben. Weil wir sind ja stur, stur und immer korrekt. Das stimmt. Zumindest immer stur. So viel kann man sagen. Ja, aber bleibt uns ja auch alles nichts übrig. Also nach dieser Achterbahnfahrt, du hast es ja gerade schon wieder im Intro besprochen. Ich glaube, entwickelt man auch so eine gewisse Sturheit. Da will man einfach nicht mehr lernen, sondern einfach sich an das Gute klammern. Kann ich eine kleine Anekdote schon wieder zu dir erzählen, dass du mir schon wieder... Wann war es? Es war vor dem Spiel von Waldorf. Ne, nach dem Spiel von Waldorf hast du ja schon wieder von dem großen Wunder in Offenbach geredet, nachdem wir nur noch zwischenzeitlich neun Punkte Abstand hatten. Oder acht. Da hast du ja schon wieder Tabellenrechner ausgepackt gehabt. Ja, natürlich, klar. Es muss gerechnet werden. Denn man muss sich doch irgendwo die Spannung hochhalten. Also ich meine, das Abstiegsgespenst hat ja so, ich sag jetzt einfach mal, kurz an unsere Tür geklopft. Einmal kurz vor einer Bratwurst probiert und hat dann gemerkt, oh, zieh ich mal weiter. Und das, obwohl wir Tabellenzweiter waren, laut dieser Umfrage. Ja, genau. Ne, also wie gesagt, wir sind, wir haben zumindest das geschafft seit unserer letzten Folge. Wir haben so gesehen zehn Punkte Abstand zum rätenden Ufer und, aber von oben. Das ist ja ganz gut. Und ja, ich muss sagen, das ist ja schon mal etwas Positives. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass wir es noch nicht auf Platz sieben geschafft haben. Das war ja unsere Standardplatzierung in der Drittelliga. Da sind wir leider noch ein Punkt von weg, äh, Platz von weg. Aber ich bin auch guter Dinge, dass wir den noch reißen werden. Aber ja, ich habe es auch gerade gesehen. Wir sind echt jetzt wirklich im maximalen Mittelfeld. Ja, zehn Punkte nach oben. Äh, zehn Punkte nach unten, elf Punkte nach oben. Ne, 13 Punkte nach oben. Ah, es waren mal elf. Ja, es waren mal elf. Es waren mal elf und da war alles noch drin. Ja, da habe ich gerechnet. Ja, aber wie verrückt, oder? Guck mal, die Folge ist noch gar nicht so lange her. Und das war ja vor, vor Baling haben wir aufgenommen. Und da haben wir schon, ja, unten, wir werden nichts mit zu tun haben, aber schon so ein bisschen gezittert. Und dann zwischenzeitlich, dann nach Baling sind wir im Kopf schon wieder sicher abgestiegen gewesen. Ja. Und dann haben wir ja diese Serie gerissen und dann haben wir schon wieder um Aufstieg geredet. Also das ist ja auch wieder, was Offenbach ausmacht, oder? Naja, wir haben jetzt nicht von Aufstieg geredet, aber weißt du, das Ding ist, wenn eigentlich nur dieser erste Platz irgendwie zählt. Und irgendwie willst du dir ja noch dieses letzte Fünkchen Hoffnung natürlich nicht nehmen lassen. Also es gibt halt ein paar Perverse und dazu gehöre ich einfach auch dazu. Mir reicht es nicht, einmal im Jahr enttäuscht zu werden, sondern es muss halt öfter passieren. Und wenn die Enttäuschung nicht auf dem Platz passiert, dann ist das nicht mehr mein Offenbach. Ach ja, das ist ja schon, weißt du, wir müssen, ich muss ja irgendwie meine Spannung hier aufrechterhalten. Du brauchst diesen Masochismus, ja, ich merke schon. Schön. Ja, aber... Bitte. Was soll man sagen? Ich war ja aufgenommen vor Baling, ne? Genau, vor Baling. Und dann sind wir nach Baling gefahren. Seitdem sind ja auch schon wieder ein paar Spiele gespielt. Ja, Baling war super. 2-1 verloren. Ja, ich fahre nicht mehr nach Baling. Es war das zweite Mal, da ich nach Baling gefahren bin. Das erste Mal 4-1 verloren. Das zweite Mal jetzt 2-1. Ich werde da nicht mehr hinfahren. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Auch wenn die Porta Rosa immer ein Besuch wert ist. Ich muss schon sagen, ich habe wirklich gedacht, ich hätte letztes Mal zu viel gesoffen, habe gedacht, dass man da diese Glasflaschen, die da ausgegeben werden, dass ich das mal eingebildet hatte. Und dann war ich wieder da. Diesmal halbwegs nüchtern. Zumindest morgens um elf noch. Und da werden wirklich Glasflaschen im Block ausgegeben. Also ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Es ist echt unfassbar. Wir spielen zu 90% auf Dorfplätzen. Und das wird mir jedes Mal wieder neu bewusst. War übrigens auch lustig. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so offiziell sagen darf. Aber das ist bestimmt auch schon verjährt. Wir haben gar keinen Eintritt bezahlt. Wir waren so früh auf der Ponderosa, dass wir da rumgelaufen sind. Und wir einfach, die einfach noch kein Kassenhäuschen aufgebaut hatten. Und wir sind dann einfach irgendwann, sind wir, wir sind dort angekommen, sind so ein bisschen rumgelaufen, haben dann ein bisschen was getrunken. Und dann irgendwann, so kurz vor dem Anpfiff, sind wir Richtung Gästeblock gelaufen und haben die wie selbstverständlich auf die Tür aufgemacht. Also würden wir schon immer dazugehören. Sagt, ja, kommt rein. Und dann waren wir im Gästeblock. Das ist Gastfreundschaft. Also das war das Positive an Balingen, ja. Ja, was heißt, du hättest eigentlich Bengalos diesmal reinschmuggeln können, ohne dir in irgendwelche diversen Körperöffnungen schieben zu müssen. Marco, ich hätte mir alles reinschmuggeln können. Ich hätte ein ganzes, keine Ahnung, Wildschwein da reinschmuggeln können, ja, vorm Spiel. Das war echt geil. Das war echt geil. Also ab 11 Uhr war da auch noch niemand. Die haben gerade die Getränke von dieser Ponderosa, diese Getränke, keine Ahnung, Ausschrank haben die erst mal aufgemacht. Ja, also es war echt, das war lustig. Das war schön in Balingen, aber trotzdem fahre ich da nicht mehr hin. Das ist, ah, du steigst da aus, weißt du, du fährst erst mal von Freiburg, was ja jetzt auch nicht so als die Weltstadt bekannt ist. Ich meine, eine schöne Stadt, war auch cool. Aber dann fährst du von da eine Stunde in die Ödnis und steigst du irgendwann an so einem Bahnsteig, es ist ja nicht mal ein Bahnhof, an so einem Bahnsteig aus. Dann steigst du da aus und denkst, du bist mitten im Wohngebiet. Und dann läufst du da durch und dann irgendwann siehst du so einen besseren Sportplatz und dann denkst du dir, ja, fuck, da war ich schon mal. Ich will hier gar nicht hin. Ich will hier eigentlich nur wieder weg. Und dann guckst du dir dieses Gekicke an. Ich meine, wir haben gut gespielt, ja. Also das, was ich zumindest da noch wahrnehmen wollte und konnte, das war gar nicht schlecht. Trotzdem wieder sehr unerfolgreich. Ich war da nicht mehr hin. 2-1 verloren. Ja. Da haben wir wieder viel von Abstieg geredet, ja. Naja, vom Abstieg nicht vielleicht, aber schon so dieses, ne. Also ich meine, wenn du gegen Baling 2-1 verlierst und dann gibt es ja ganz viele, die dann gesagt haben, was für ein super Spiel. Jo, mag sein, aber du verlierst halt gegen einen Balinger SC und da kommst du halt immer wieder in die Realität an, dass du gegen Balinger SC verlierst, die irgendwo im Mittelfeld in der Tabelle rumdümpeln, die du vor zehn Jahren noch nicht mal gekannt hast. und jetzt sagst du, ja, es war ein gutes Spiel und gehört halt dazu. Aber das ist halt das. Vielleicht sind wir ja wirklich endlich mal in der Realität angekommen. Viertliges Kekers Offenbach. Nein, ich wollte gerade sagen, weißt du, was das Schlimme ist? Dass vor zehn Jahren wir diesen Verein schon gekannt haben. Ja, das stimmt. Das stimmt. Oder, nee, vor 2015. 2015 haben wir es erstmal gegen die gespielt, aber ja. Ja, wie du sagst, wir sind Viertliges seit 13 Jahren. Wir haben vorhin geguckt, ne, Rot-Weiß Essen hat. Das war immer so das Ding. So lange wir essen, werden wir niemals brauchen. Ja, elf Jahre. Wir sind jetzt seit, wie lange drin? Keine Ahnung. Elf Jahren. Also wir werden auf jeden Fall zwölf Jahre dieser Viertligation. Wie lange wir drin sind, ja. Ja, auf jeden Fall. Wir sind länger als Rot-Weiß Essen. Und das ist halt die Frage, ich meine, ganz Fußball-Deutschland, also gerade die Medien haben natürlich dann auf Rot-Weiß Essen geschaut. Es gab diverse Berichterstattungen darüber und so weiter. Mal gucken, wie viele auf uns schauen werden. Ob das dann ähnlich gesehen wird. Weil ich meine, immerhin, wir haben ja auch so 5.000 bis 6.000 Leute im Stadion in der 4. Liga. Wenn es um was geht, ist die Hütte voll. Das kann ich immer wieder unterschreiben. Ja, schauen wir mal. Es geht weiter, es geht weiter. Aber noch einmal, der Sommer wird kommen. Es ist halt gerade wechselhaft. Wie gesagt, wir haben 2-1 in Balingen verloren. Und dann spielten wir zu Hause gegen FSV Frankfurt. Und das war das erste Spiel, was wir mal wieder zusammengeschaut haben im Stadion. Genau, ich habe mich mal wieder wegbewegt von meinem altbewährten Platz. Ich habe gesagt, Marco, ich komme. Ich muss ja auch wieder ein bisschen mal die Hooligan-Luft in diesem Block von dir riechen. Ja, wenn ich neben dir stehe. Ja, wenn du neben einem ganz Normalen stehst, dann sieht er ganz normal aus wie ein Hooligan. Das hat nichts mit mir zu tun. Nein, du hast ja gemerkt, ich werde immer ruhiger. Ich werde immer ruhiger. Ich hoffe, dieses Feuer muss wieder entfacht werden. Also im Podcast ist das Feuer noch da. Wenn ich irgendwie für den Verein im Hintergrund was machen darf, ist das auch noch da. Aber im Block wird es bei mir immer ruhiger, weil ich immer diese Erwartungen nicht mehr habe. Aber doch wurden sie erfüllt 3-0 gegen FSV Frankfurt. Und wir skandierten, Absteiger, Absteiger. Und ich dachte, oh, Digga, Digga, wir sind so drei Punkte weg, Alter. Es ist so dieses, du verdienst irgendwie 5 Mark mehr als der andere und erzählst ihm, dass er ein Geringverdiener ist. Das geht nicht. Das geht nicht. Alter, das geht nicht. War grinswertig. Aber es hat Spaß gemacht. Geil war ja auch der Typ, das hatte ich nur später gesehen. Da ärgere ich mich ein bisschen, dass wir so früh gegangen sind. Der dann noch sein Widerwürstchen gezeigt hat, als er zum Abschied aus dem Block gelaufen ist, der Frankfurter. Das ist Fußball. Das ist genau das, was ich so schön finde. Da werden auch noch, weißt du, Schals hoch, Hohs runter, da gab es ja mal so ein Motto. Das hat er dann zu ernst genommen, der Kamerad, und hat uns dann nochmal sein Gemächt gezeigt. Ich weiß nicht, was er damit bezwecken wollte. Aber dieses Foto ist dann doch durch die WhatsApp-Gruppen und Facebook-Gruppen und Foren und wie es wohl, wenn ich überall unterwegs bin, als Krieger ist Offenbach gegeistert. Ja, du fandest es schade, dass du es verpasst hast. Ich war ziemlich froh, dass ich nicht mehr dabei war. Das ist unfassbar. Ich war auch sehr froh, dass ich nicht dabei war. Das ist unglaublich. Ist lang nicht mehr gesehen. Lang nicht mehr so eine Aktion gesehen. Also oberkörperfrei oder auch mal dahinteren rausgestreckt, das passiert ja dann doch das eine oder andere Mal. Aber dass man sich komplett unten entblößt. Ich weiß nicht, was der Kamerad bezwecken wollte. Vielleicht hat er sich bedankt, dass das Gerät wieder funktioniert, nachdem er in Offenbach war. Ja, keine Ahnung. Die Prostata hat es gedankt. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was er damit bezwecken wollte. Aber lustig war es. Ja, das war auf jeden Fall. Das war lustig. Alter, was ich überrasseite. Wir haben eine Sache vergessen. In Baling fällt mir gerade noch ein. Was du im Intro gerade gesagt hattest. Ja. Ja, um Gottes Willen, müssen wir darüber reden. Christian Hock wird attackiert. Und da muss ich sagen, also, wie soll ich es ausdrücken? Also, wir müssen mal ernst sein. Wir machen es natürlich ein bisschen Humor hinterher. Aber ganz ernst, das kann wirklich nicht sein, dass ein Funktionär eines Vereins in der vierten Liga dann von irgend so einem Rentner geschubst wird. Ja. Jetzt könnte ich natürlich sagen, man weiß ja nie. Vielleicht hat er ein Messer dabei, ja. Oder ein Regenschirm oder was weiß ich was. Aber nee, mal ganz im Ernst, das darf einfach nicht passieren. Und da ist dann wieder diese Wut. Diese Wut. Stell dir mal, weißt du, so dieses, bei uns fliegt eine halbe Bratwurst aufs Spielfeld. Was passiert? Todesstrafe. Das Stadion wird abgerissen. Wir spielen ab sofort nur noch Hallenhalmer. Und die Fans müssen die Sozialstunde leisten bei der Eintracht, weißt du? Und zwar Einsheim streichen. Und bei denen, Alter, geht ein Mensch, also ein Zuschauer, auf einen Funktionär los. Und was passiert? Nichts. Gar nichts. Stell dir mal vor, das wäre in Offenbach passiert. Stell dir mal vor, da wäre ein Rentner irgendwie runtergeklettert. Und hätte, hätte keine Ahnung, den Trainer geschubst. Ja, ja. Also, mal ehrlich, wir hätten locker, wir hätten locker mindestens mal ein Spiel Ausschluss gehabt. Aber vom kompletten Stadion wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr. Und es wäre medial komplett totgeschlachtet worden. Der DFB hätte die polnischen Architekten eingeflogen und so ein Gitter drum gemacht um den Block. Weißt du, wie in Polen. Kennst du diese Auswärtsblöcke? Genauso wäre das bei uns dann. Da wäre unsere Haupttribüne einfach mal eingegittert worden. So sieht das aus. Und das ist das, was einfach, diese Wut auf diesen Verband, diese Wut auf den DFB. Dann soll mal einer sagen, ja, wir steigern uns da rein, weil wir silberunfähig sind, da hochzukommen. Das sind genau diese Momente, wo du es einfach siehst, wie mit zweierlei Maß gemessen wird. Und das darf einfach nicht sein. Das kann doch nicht wahr sein. Nein, das geht überhaupt nicht. Das geht überhaupt nicht. Allein, dass die Möglichkeit besteht, dass du überhaupt dahin, also das ist ja mal das Erste, dass du die Möglichkeit hast, so einfach überhaupt an diese Coaching-Zone ranzukommen. Ja, genau. Der ist ja zwei Schritte gelaufen und war da. Ah ja, das ist ja. Und dann aber nicht mal, weißt du, das ist ja nicht das Problem, dass es jetzt von der Infrastruktur nicht passt. Das ist ja das eine Problem. Das andere Problem ist einfach, dass sie da keinen hinstellen. Also das ist dann Ordner zu viel verlangt. Guck mal, wie viele Ordner wir jedes Mal irgendwo hinstellen müssen, wenn wir keine Gästefans zulassen. Dann müssen doch vor dem Auswärtsblock stehen und immer noch ein paar Ordner. Ja. Hä? Hä? Wie unverhältnismäßig ist das denn? Ja. Drecksverband. Ey, ich kann es nicht oft genug sagen. Und jetzt stell dir mal vor, der Christian Hock hätte den Bernd Gramminger gemacht, hätte sich umgedreht und hätte dem Typen einfach mal auf die Nase geboxt. Dann würde am nächsten Tag in der Presse stehen, Spottchef, was ist der? Geschäftsführer Spott? Ja. Von Kickers Offenbach geht auf Rentner los. Irgendwie sowas würde in der Presse stehen. Und genau das meine ich. Genau das meine ich. Das ist das, was mich so aufregt. Und das ist das. Boah, da könnte ich mich stundenlang drüber aufregen, über sowas. Das ist dieses zweierlei Maß, was einfach nicht sein darf. Das darf einfach nicht sein. Wir sprechen hier immer noch von den Anführungszeichen Probifußball, ja. Wir müssen hier die Sicherheitsmaßnahmen verschärfen, neue Ordner irgendwie holen und was weiß ich was alles. Hier wird von Fangnetzen gesprochen, irgendwelche Sitzplatzumbauten auf der Tribüne, weil da irgendwelche Bratwürstchen oder leere Becher fliegen, Alter. Was halt ein Wurfgeschoss ist. Da wird das total dramatisiert. Und da geht einfach ein Mensch auf einen anderen Menschen los und begeht Körperverletzung, verdammt nochmal, ja. Das ist einfach, also ich meine, klar, er hat ihn vielleicht ein bisschen geschubst oder sonst was. Aber in dem Moment, wo du ihn angreifst, vor allem so heimtückisch ist es ja. Laut Juristendeutsch heimtückisch. Der wusste von nichts. Der Typ kommt von hinten. Das geht, äh, äh, ja. Kannst dich halt auch null drauf vorbereiten, ja. Nein. Guck mal, du hast keine, du hast keine Spannung im Körper irgendwie, ja. Stehst da, guckst da irgendwas zu und dann kommt dir von hinten. Das kann, das kann auch richtig wehtun. Also mal ehrlich, jetzt, wenn du da null vorbereitet bist und der trifft dich irgendwie ekelhaft, das kann richtig wehtun. Ist einfach so. Das ist einfach so. Das ist einfach so und das ist, das, wie gesagt, das meine ich halt. Es ist, ähm, ja, äh, es ist einfach ekelhaft. Aber gut, lang genug darüber beschwert. Jetzt gucken wir weiter. Wie gesagt, wir hatten dann vor dem Spiel gegen FSV übrigens tolle neue Spieltagsplakate. Stimmt. Und im ersten Moment dachte ich so, okay, verstehe ich nicht. Verstehst du nicht, weil du nicht verstanden hast, was draufsteht und das war ein Kuchenfehler? Richtig. Also ich weiß halt nicht irgendwie diese ganze... Ich finde grundsätzlich schon mal schön, dass wir Spieltagsplakate haben. So. Warum können wir nicht einfach so ein Plakat machen wie früher in den 90ern? Mach am besten noch ein Retro 90er oder 70er Jahre Plakat. Die sahen ja alle super aus und Fußballspieler drauf. Und dann steht dann da, was weiß ich, Kicker ist gegen FSV, Datum, Uhrzeit, Feierabend. Und dann am besten noch Eintritt, Doppelpunkt. Dann nimmt man den Preis. Ich fand, ja, das habe ich mir immer gedacht bei den Eintrittskarten. Du könntest die so richtig geil oldschool machen. Weißt du, diese braun, viereckigen Abreißkarten. Geil. Weißt du, wenn du diese einfach so designst. Das wäre richtig geil. Das wäre richtig cool. Bei den Spieltagsplakaten, ja, gebe ich dir auch recht. Wobei ich es cool fand. Ich meine, multikulturelle Stadt will es halt... Ich weiß nicht, ob du da mit einem mit begeistern kannst. Also weiß ich jetzt nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Ob da jetzt ein türkischer Mitbürger mitkommt und sieht das auf türkisch geschrieben. Und denkt, wow, geil. Oder ob er sagt, jo, was soll das? Oder er rafft es überhaupt nicht, ja. Keine Ahnung. Ich sage dir einfach, das ist halt die Realität. Ich habe hier Leute, die kommen aus Polen. Die sind dann Fans von ihren polnischen Heimatvereinen. Ich habe hier Leute, die kommen aus der Türkei. Die sind dann entweder Galatasaray oder Fenerbahce oder was weiß ich, was es da alles gibt. Der Nächste kommt irgendwie, was weiß ich woher. Der ist dann Fan. Und es ist halt so, du kannst... Ich glaube nicht, dass du mit diesen Plakaten da etwas begeistern kannst. Also beziehungsweise jemanden begeistert. Nee, nee, nee. Aber du schaffst Präsenz. Das stimmt. Es ist ja auch wie bei den Stickern immer. Ich glaube, du stickerst ja nicht irgendwo rum, um zu sagen, ja, damit generierst du jetzt Fans. Sondern du hast so eine gewisse Präsenz einfach. Und die finde ich gut. Also ich finde es super gut, jetzt nicht falsch verstehen, dass es Spieltagsplakate gibt. Richtig gut und wichtig. Es wird ja auch lang gefordert. Und ich finde es auch cool, dass sich jeder abholen kann. Absolut. Ich glaube, kann ja jeder im Fanshop, kann sich ja jeder frei diese Spieltagsplakate holen, oder? Genau, richtig. Die lagen sogar vorm Spiel, lagen die einfach am Fanshop draußen in so einem Pappkarton. Du kannst dir einfach eins rausnehmen. Ja, super. Und das finde ich halt richtig cool, dass du die da mitnehmen kannst. Dann hast du eben wie ein Geschäft, keine Ahnung, eine Metzgerei. Dann kannst du das da vorhängen. Das ist schon cool. Und das finde ich echt wichtig. Die Art und Weise, ja, ich meine, ist irgendwie Jammern auf hohem Niveau so. Ich finde es gut, dass es die wieder gibt. Ich finde die Idee auch ganz cool. Die ist ja auch nicht neu übrigens. Ich glaube, zu Zweitliga-Zeiten gab es es ja auch schon, dass du das in Türkisch und Italienisch und Spanisch und was weiß ich alles mal geschrieben hast. Ich finde es kreativ. Ich sehe mehr Positives als Negatives, ja. Ja, ich sehe es, wie gesagt, ich sehe es halt so dieses gut gemeint, ist der kleine Bruder von Scheiße. Irgendwie so. Ich meine, muss doch nicht alles immer schön Friede, Freude, Eierkuchen sein. Warum denn? Warum denn? Als ob das, also, dann war ja auch dieses Argument, das nimmt dann der Trainer von der gegnerischen Mannschaft und steckt das in den, und hängt das in die Kabine, damit die noch mehr motivierter sind. Und, Alter, das ist jedes Spiel gegen uns, das Spiel des Jahres, da musst du nicht noch ein beschissenes Plakat nehmen, damit die noch motivierter sind. Die zerreißen sich eh schon komplett. Von daher macht auch so ein beschissenes Plakat nichts. Ja, aber es zeigt einfach diese Selbstverständnis besser von uns, dass wir einfach einen Fick geben, ja. Dass wir sagen, nee, ist mir egal. Und jetzt musst du wieder schneiden. Absolut. Alles gut, alles gut, das kriegen wir hin. Ich habe schon festgestellt, die ganzen Schimpfwörter sind nicht so wichtig. Wir können hier fluchen, wie wir lustig sind, aber wir sollten doch in einigermaßen, ich sage mal, unserem Stand entsprechend sollten wir hier aufnehmen. Aber ja, es ist ja auch ein bisschen Stadiongefühl, was wir dann vermitteln wollen, denn solche Gespräche finden ja nicht am Meeting-Tisch statt, sondern nur in der Kneipe oder auf der Tribüne. Da wird dann auch mal etwas nicht so ganz politisch Korrektes gesagt. Der einzige Unterschied ist ja, dass unsere Fakten immer Fakten sind und natürlich gut recherchiert sind und immer korrekt sind. Das ist schon geil, oder? Ich finde es immer geil, dass sofort nach Ausstrahlung unserer Folge die Ersten kommen und sagen, ah, warte mal, das Tor ist nicht in der 76. gefallen, sondern in der 77. Okay, danke. Ich finde es gut, mir gefällt es. Ich finde es auch geil, ich finde es lustig. Ich mag jede Art von Interaktion, auch die. Ich finde es so lustig, weil ich habe da damals mal, jetzt kommt eine kleine Anekdote, ein Softwareprojekt gehabt beim Kicker-Magazin. Und da ging es um genau diese Fakten und dass sie gesagt haben, wie wichtig diese Fakten sind. Und wir haben dann quasi da mit denen geredet und haben gesagt, ja, Alter, ist doch scheißegal. Und dann hat er gesagt, nee, wenn die gelbe Karte für den Spieler mit der Nummer 11 gegeben wurde und da steht jeder Spieler mit der Nummer 12 zum Beispiel, ja, hat die Karte gekriegt, haben sie sofort 70 E-Mails und 30 Anrufe, was das soll. Das ist ja komplett falsch. Auch wenn es ein Spiel ist, wo es um nichts geht. Also es gibt immer so Leute, die halt ganz genau darauf achten und sofort ihre Meinung geigen. Und ich muss sagen, und jetzt kommt der Hammer, ich hatte das letztens auch. Ich hatte letztens genau diese Situation, da habe ich einen anderen Fußball-Podcast gehört zum Thema Regionalliga West. Und dann sagte dann der eine, ja, Essen hat ja überhaupt gar keine Chance, dieses Jahr aufzusteigen. Und dann sagte der andere, ja, das macht ja dieses Jahr Allemannia Aachen. Und dann habe ich dann so das Bedürfnis gehabt, dem Typen zu schreiben, Digga, Essen ist schon lange dritte Liga. Also Allemannia Aachen ist in der vierten, ihr sprecht von zwei unterschiedlichen Ligen. Aber ich habe es dann gelassen, weil ich mir gedacht habe, ja, das ist das, was ich immer moniere. Es ist einfach, es ist dieser Drang, zu klug zu scheißen, das hast du ja auch online, das hast du überall. Es ist einfach da. Aber ich kann es auch verstehen, dass es triggert. Also wenn man irgendwas hat und man weiß es besser, dann will man es ja auch loswerden. Ich kann das schon verstehen. Also ich, wie du gerade sagst, das ist schon so, es ist, nein, es ist falsch. Es ist ja auch nicht, was sich debattieren lässt, es ist ja keine Meinung, sondern es ist faktisch falsch. Naja, es ist immer die gleiche Debatte, wenn du zum Beispiel Minute zwölf und dreizehn Sekunden, dann sagen die Leute ertornen, zwölf. Alle dreizehn. Alle dreizehn. Leute sagen die Leute, das ist zwölfte Minute. Nein, das ist die dreizehnte Minute, weil die Minute null gibt es ja nicht, so gesehen. Oder die nullte. Das finde ich halt immer lustig. Das ist so das, wo ich am meisten korrigiert werde, wo ich immer denke, ey, das gehört einfach zum Fußball-Dasein dazu. Aber lass uns mal einen kurzen Blick zurückwerfen. Wir haben 3-0 gegen FSV gewonnen. Wir haben dann auch denen, wie gesagt, die nötige Schmach gegeben. Sie sich selbst auch. Sie haben ja dann auch gefordert oder die Fans haben skandiert. Da geht es ja auch hin und her mit dem Verkauf quasi oder dem Ausverkauf des Vereins, wogegen die Fans sich da wären. Wir sind mal gespannt. Wir werden mal einen näheren Blick darauf werfen, vielleicht in einer der nächsten Folgen, was da los ist. Denn für die sieht es ja wirklich nicht gut aus. Also die sind ja volle Kanne im Keller drin, ne? Also da geht es richtig ab. Da scheint es ja wohl mehrere Probleme zu geben. Ich habe das jetzt nicht so verfolgt. Aber einmal das Sportliche, ja, und dann haben die ja das Problem mit den Finanzen. Da scheint es ja auch nicht so rosig zu sein. Wo ich dann übrigens sage, die, die sich jahrelang immer über uns lustig machen, die Pleitegeier und so weiter und so fort, ihr könnt selbst nicht wirtschaften. Ja, absolut. Also mal ganz die Füße stillhalten da drüben. Also ich habe jetzt keine Sympathie oder Antipathie zum FSV. Mir sind die ehrlich gesagt recht scheißegal. Aber dieses Gestichel geht mir auf den Sack. Vor allem, wenn du da im Glashaus sitzt, ne? Ja, vor allem, wenn du so ein Bernd, wie hieß der, Reisiger, wie der Typ heißt, ja. Was der für eine große Fresse hatte, als wir insolvent gegangen sind, ja. Ja gut, naja, er hat uns ja noch auf dem Papier geholfen mit seinem. Ist doch scheißegal, aber trotzdem die große Fresse hast du nicht zu haben, wenn du jetzt selber da stehst. Geholfen, das hat mir jetzt im Podcast nicht gesagt, wo ich hier mit Anführungszeichen was gemacht habe. Lachen für die Kickers, wo er da auch ein bisschen, ich meine. Ach so, das meinst du? Wo er uns ausgenommen hat. Wo er gerade sagen, keine geringe Summe in die eigene Tasche geflossen ist. Und er es als Spender an die Kickers deklariert hat. So viel dazu. Ja, aber genau, Bernd Reis und jetzt dieser andere, der Görner, der Präsident. Also ist halt irgendwie auch schwierig, wenn dein eigener Sohn der Trainer ist und du darüber entscheiden musst, ob das jetzt noch der richtige Trainer ist oder nicht. Man darf auch nicht vergessen, der ist dann wohl irgendwie auch damals gekommen, als sie keine Kohle hatten, keine Optionen und so weiter. Und er hat es ja auch, der hat ihn in den DFB-Pokal geführt. Hessen-Pokal, dies, das, alles cool. Alles gut. Er kann ja dann nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, wenn der Stiefen Kessler bei uns keinen Bock mehr hat, in der Hessen-Liga unsere zweite Mannschaft trainieren. Aber ich muss wirklich sagen, Alter, weißt du, so dieses, jetzt fangen wieder welche an und sagen, wie enttäuscht sie sind, dass ich sowas sage. Aber ich möchte nicht, dass die absteigen. Weil die bringen wenigstens noch drei Hansel mit. Das ist noch so ein kleines bisschen Feeling. Ja. War genauso. Nein, ich war genauso. Und dann hat aber einer im Forum was ganz Richtiges geschrieben, an das ich noch nie gedacht habe. Und das ist ein wirklich guter Punkt. Und zwar sind die uns ja, warum auch immer, in der Jugend irgendwie immer noch voraus. Und wenn die jetzt absteigen würden, würden die ja noch viel uninteressanter werden. Also aus der sportlichen Sicht wäre es für uns gar nicht schlecht, wenn die absteigen würden. So, wie gesagt, sind die mir komplett egal. Und es ist irgendwie auch immer ein ganz nettes Auswärtsspiel noch. Aber das will ich ja gerade sagen. Je tiefer du ja einsteigst in die Materie Fußball, desto weniger wirst du ja Fan und siehst wie Prof. Weißt du, aus dieser Sicht, aus dieser professionellen Sicht, hast du vollkommen recht. Aber ich möchte jetzt einfach mal aus der Fansicht, aus der Sicht eines Bratwurst-essenden, Bier-trinkenden Typen, der ab und zu mal im Stadion geht und laut Kickers-Schreit argumentieren. Und da muss ich sagen, ist es schön, dass die wenigstens ihre drei Hansel mitbringen. Entgegen haben wir ja noch, wie gesagt, sowas wie Hoffenheim 2 oder sowas. Und aus der Sicht, wen würdest du dir dann als Absteiger wünschen? Angenommen, ich gehe mal nicht von aus, dass die Mannheimer runter machen. Angenommen, wir haben nur einen Absteiger. Wen würdest du dann nehmen? Aus dieser Sicht? Ich würde sofort Heiger nehmen. Ja? Okay. Ja. Ich würde sofort Steinbach nehmen, mit der Begründung einfach, weil die diese große Fresse hatten. Weil die da, was weiß ich, Bambule gemacht haben. Und du siehst einfach in Steinbach oder in Heiger, dass das Geld einfach keine Tore schießt. Das ist einfach so. Du musst halt ein funktionierendes System haben. Und ja, ich bin der festen Überzeugung, dass die einfach, aber trotzdem das Geld haben, dass die immer für eine Überraschung gut sind. Das heißt, aus sportlicher Sicht, als auch aus Fansicht. Ich will da auch nicht mehr hoch. Alter, es kotzt mich da nicht mehr hoch zu eignen. Da auf diesem Berg. Ich weiß nicht, wie oft ich da war. Das ist einfach nur ätzend. Das ist nicht schön da. Ist so. Ist so. Ist so. Geh ich dir recht. Ja, da zieht es immer wie Hechtzup. Weißt du? Ich erinnere mich an dieses schöne Spiel damals, wo der Flauter diesen einen geilen Ball da kassiert hat. Ein Kacktor nach dem anderen gefahren. Drei, drei geile Dinge kassiert hat, ja. Bei diesem Witzspiel. Ja, stimmt. Steinbach würde ich dir recht geben. Ja. Aber wie gesagt. Warte, jetzt bin ich interessiert. Aus der Sicht, welchen Aufstieg würdest du wünschen? Ich würde mir natürlich ganz klar wünschen Hoffenheim 2 oder Stuttgart 2. Weil die Zweitmannschaften sind Wundertüten. Ich glaube nicht, dass Stuttgart der Kicker ist. Ja, jetzt kommt wieder dieses, oh, da sind aber tolle Fans und die gehören da hoch. Nö, ich denke mir einfach, da gucke ich wirklich aus rein sportlich, weil ich so in Stuttgart der Kickers gar keine Verbindung habe. Also ich bin jetzt auch nicht groß mit denen befreundet oder sonst irgendwas, sondern ich habe gar keine Berührungspunkte. Null. Nicht über die Nationalmannschaft, nicht über irgendwelche Menschen, die ich kenne. Ich kenne niemanden, der irgendwie Stuttgart der Kickers Fan ist oder irgendwas mit zu tun hat. Außer dem Geschäftspartner, den wir beide kennen, der Jürgen, der sitzt direkt am Degerloch. Das ist der einzige Kontakt, den ich dahin habe. Aber ansonsten habe ich da gar nichts und deswegen ist mir es egal, ob die hochgehen. Ich will aber eher, jetzt gucke ich dann deswegen, aus emotionaler Sicht ist es mir komplett Bums, aber aus sportlicher Sicht, Hoffenheim oder Stuttgart, warum? Weil diese Vereine mit ihren zweiten Mannschaften sind immer Wundertüten, wenn die im Jahr drauf irgendeine goldene Generation haben. Siehe damals Freiburg 2. Dann hast du einfach gar keine Chance. Dann holen sie noch 1-2 aus der ersten Mannschaft oder 2-3, wie auch immer. Und dann hast du noch diese super Top-Spieler, die dann auch schon in der ersten Mannschaft gespielt haben, die einfach ganz andere Erfahrungen mitbringen. Und das hast du mit Freiburg, wie gesagt, gesehen. Das waren ja Spieler, die sind danach in die 2. Liga und sonst wohin gewechselt, die da damals aufgestiegen sind. Und das will ich halt einfach, ich hoffe, dass man das dadurch irgendwie vermeiden kann. Ja, nee, ich gebe dir recht. Also ich glaube, wenn ich könnte, würde ich die dieses Jahr auch mit der Schubkarre direkt hochkarren in die Dritte Liga. Ja, also gerade Hoffenheim, ja, es ist auch nicht wirklich schön, da hinzugehen. Das ist schon, naja, anyway, so, gucken wir jetzt wieder auf unseren geliebten UFC. Wir haben 3-0 gewonnen und waren völlig euphorisiert, fahren nach Stuttgart und gewinnen dort in einem, ich sage jetzt einfach mal, nicht schönen, aber dann doch effektiven Spiel. 1-0, hätte ich auch nicht gedacht. Und dann war dann, da ging dann der Kicker-Tabellenrechner bei ganz vielen wieder an, unter anderem bei mir. Spätestens nach diesem Spiel, wo wir dann das Heimspiel gegen Astoria Waldorf hatten, die Astoria Waldorf haben ja 5-0 vom Platz geschickt, Alter. Brutal. Da habe ich mir so gedacht, da habe ich mir so gedacht, Digga, mal ganz im Ernst, wir haben gegen die im Hinspiel das schlechte Spiel ever gezeigt und jetzt im Rückspiel, die konnten ja gar kein Fußball spielen. Also es war ja nix. Ja. Es war ja gar nix. Ja, da, da, ja, wir haben die, den einen nach dem anderen wie Baumstamm umkurvt. Also es war total einfach, wirklich komplett die Spieler da stehen lassen. Das war echt, das war, das war schon krass, ja. Also, ich, nein, ich fand's einfach krass, weil, wie du sagst, so im Hinspiel, das waren einfach zwei verschiedene Mannschaften. Aber das waren ja auch zwei verschiedene Mannschaften. Guck doch mal, Seid. Ich meine, das Spiel ist ja auch uns gut, also das ist ja auch Teil der Wahrheit. Ich meine, die Spiele, die da, FSV und Waldorf, die sind uns schon entgegengekommen. Auch Stuttgart mit der roten Karte sind uns schon entgegengekommen. Aber trotzdem, dieses Glück haben wir uns auch erkämpft. Der Urbich hat die Dinge auch gezogen, ja. Also, da steht schon, was mich halt so positiv stimmt, ist, dass wir mit einer einzigen Veränderung, und das ist der Wachs im Mittelfeld, dermaßen eine andere Mannschaft sehen. Wollte ich gerade sagen. Ja, bloß, bloß halt die, endlich mal eine Vorbereitung vom Staude, vom Nazarov, da siehst du halt, dass sie das Potenzial langsam ausschöpfen. Genau. Das ist schon, schon krass. Und da muss ich sagen, Alter, was liefert denn bitte Keanu Staude gerade ab? Wahnsinn. Also, ganz ehrlich. Ich hab's nach dem, nee, während dem Freiberg-Spiel in der Halbzeit gesagt, jetzt hat er gerade Zweitliga-Niveau. Also wirklich, den könntest du jetzt gerade wahrscheinlich bei einem Zweitligisten einsetzen und er wäre ein guter Spieler. Also wirklich, nach seiner ganzen Verletzungs-Miserie, nach seiner ganzen Nummer, die die da einfach hatten oder die er halt hatte, ich meine, er kam unfit mit ganz wenig Spielprax nach Offenbach und wir haben ihm diese Zeit jetzt gegeben, er hatte ein halbes Jahr Zeit und jetzt liefert er und liefert er und ich hoffe, ich hoffe, ich bete, dass er jetzt ganz viel Spielpraxis noch sammelt, gesund bleibt, das ist ja auch so ein Thema bei uns und dann halt nächstes Jahr hoffentlich richtig, richtig durchstartet. Das wäre mein, das wäre natürlich mein Wunsch, weil das ist so ein Spieler, der macht den Unterschied. Also wirklich mit so einer Einzelaktion oder ähnlichem, also der gefällt mir wirklich richtig gut. Zum Beispiel, ich erinnere mich an dieses Spiel gegen Eintracht Frankfurt, wie er sich geärgert hat und danach ist ihm, ist dann, glaube ich, der Anschlusstreffer gefallen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube, das war es. Und dann hat er sich geärgert und das Ärgern war ihm wichtiger, als dem Spieler nachzugehen und nachzusetzen und den einfach mal umzuhauen oder so. Und das sind diese Momente, wo ich sage, da habe ich ihn halt massiv kritisiert. Macht er aber auch immer noch manchmal und das geht mir auch immer noch auf den Sacken. Und ich habe mir das letzte Mal auch wieder aufgefallen, das war beim Heimspiel und da habe ich mir auch neidhart geguckt und der ist auch ausgeflippt, als der, als, wie du gerade sagst, er sich so beschwert hat, dass irgendwas nicht funktioniert, nicht hinterher geht und dann das im Kopf einfach nicht irgendwie abhakt direkt. Ja, also das war schon, das war schon Top 5-0, Alter, das hätte auch ruhig Höhe ausfallen können und dann, wie gesagt, spätestens dann, oh, dann ging es los, dann wurde gerechnet, dann wurde gemacht. Vor allem die Stuttgarter Kickers haben Federn gelassen. Die haben, die haben, die haben richtig geackert und, und es haben, ja, also völlig zu Unrecht. Ich habe ja das Spiel dann nochmal gesehen im Re-Life Kickers gegen, also Stuttgarter Kickers gegen Hoffenheim, wo die da eiskalt rasiert worden sind. Also es ist komplett angeguckt? Fast komplett tatsächlich, ja. Fast komplett, weil ich einfach mal wissen wollte, sieht man mal wieder, wie behindert man dann doch ist im Kopf, wie sehr ist die Wahrscheinlichkeit, dass die nochmal scheitern. Und ich muss sagen, ich war danach, habe ich gedacht, das Spiel, also das Ergebnis hat das Spiel nicht gezeigt oder beziehungsweise wiedergegeben. Stuttgarter Kickers mit sehr, sehr hohen Spielanteilen, die hatten massiv gute Torchancen, die sie nicht gemacht haben. Und du weißt ja, wie es ist. Hätten sie das 1-0, das 2-0 oder wie auch immer gemacht, mehrere hundertprozentige vergeben, dann wäre vielleicht irgendwie, ja, dann wäre vielleicht das Ding anders ausgegangen. Dann machst du das 1-0 und dann spielst du ganz befreit auf. Haben sie aber nicht gemacht und dann kam das 1-0, dann ist die Büchse aufgegangen, die haben gepusht, gepusht, gepusht. Ja. Am Ende stand es dann, glaube ich, 4-0. War es 4-0? 5. 5-0. 5-5-5. Ich finde, ich finde irgendwie, ich finde immer so 1-0, 2-0, 3-0, 4-0 hört sich immer, also 3-0, 4-0 hört sich immer hart an, aber irgendwie 5-0, wenn du 5 gegen Tor hast, ist es immer irgendwie so massiv viel. Das ist immer ganz komisch. Die haben halt nach dem 1-0 massiv aufgemacht und dann haben sie nach dem 2-0 nochmal richtig gepusht und dann sind sie zusammengebrochen und das war... Guck dir das doch an, jetzt Waldorf gegen uns, ja, ich meine, die hätten wir noch viel höher abschießen können, ich habe mich eh gewundert, dass sie nicht irgendwann umgestellt haben und gesagt haben, nach dem 2-3-0 jetzt lassen wir es mal sein. Die waren ja immer noch unfassbar offen gestanden und das habe ich überhaupt nicht verstanden gehabt. Und genau, und vielleicht eine Sache zu Waldorf und das ist mir irgendwie wichtig, der Spieler mit der Nummer 16 war es, glaube ich. Ich weiß jetzt seinen Namen nicht. Der hatte eigentlich nur einen Arm, Alter. Ja, ich habe es gesehen. Und da habe ich mir so gedacht, ey, das ist mal, weißt du, das ist so dieses Inklusion, ist ja dieses schöne Wort, ne? Das ist richtige Inklusion, ja. Also das spielt gar keine Rolle und der hat sogar Einwürfe gemacht, was ich da noch gedacht habe, Alter, wie geil ist das denn, dass das funktioniert und dass der einfach ganz normal in so einer regionalen, also vierte Liga ist ja auch jetzt kein Pille-Palle-Niveau, ja, in der Regionalliga-Mannschaft Stamm spielt, beziehungsweise in der Startaufstellung gespielt hat, ganz großes Kino. Vor allem auch körperlich. Ich habe gerade eben so nachgedacht, ob es irgendwie einen Spieler gibt, der irgendwie körperlich beeinträchtigt ist, so in den oberen Ligen, ja. Der Einzige, der mir jetzt irgendwie auch schneller eingefallen ist, war Edgar Davids, der mit diesem Augenproblem über dieses, die Brille tragen musste, aber sonst, ja, schon krass. Ja, aber es ist noch was anderes, weil zum Beispiel früher, als ich noch ein bisschen Herder im Training war, da hat man solche schönen Sachen gemacht, wie Arme hinterm Rücken zusammengebunden, mal einen Arm, mal den anderen, mal beide, weil du dadurch das Gleichgewicht nicht so halten kannst, wenn du läufst. Du fliegst halt eher auf die Fresse. Ah, interessant. Als Torwart hast du das gemacht. Nein, 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 nein. Nein, nicht im Fußball, sondern im Kampfsport. Ach so. Genau, das waren so Rumpfaufgaben, wie wir quasi Rumpfstabilität herstellen und da wurdest du, da hast du dann quasi die Arme hinterm Rücken zusammengebunden gekriegt, manchmal auch nur ein Arm und musst dich halt nur mit einem Arm wehren, also es war so, das war halt schon, also ist mal ganz im Ernst jetzt, ich weiß, du lachst dich jetzt hier gerade kaputt. Nein, ich habe mich gerade vorgestellt, so heute waren wir 16, 16er Schusstrainung, Marco kriegt beide Arme hinterm Rücken zusammengebunden. Nein, nicht beim Fußball. Da ging es einfach darum, diese Rumpfstabilität herzustellen, weil die Arme natürlich ein ganz, ganz großes Gleichgewicht auch darstellen, denn in Kampfsituationen kann es halt sein, dass du deine Arme dafür nicht nutzen kannst, warum auch immer, zum Beispiel, weil du ein Bier in der Hand hältst und dementsprechend haben wir das dann mal trainiert, das war total spannend. Und ja, und das finde ich dann schon sehr, sehr beachtlich, also da aller, aller, allergrößten Respekt, ohne irgendeinen Witz oder sonst was oder ohne Humor dabei, einfach ganz großes Kino, Chapeau. Ich fand es auch, also vom Fußballerischen klar, so ein Fool, also wenn du es auch gewohnt bist, vom Gleichgewicht her schon länger hast, dann wird es wahrscheinlich dich nicht so beeinflussen, aber vom Körperlichen einfach. Absolut. Wie oft nimmst du denn auch einen Arm, um irgendwie einen Zweikampf zu gewinnen? Ja, das ist schon, schon krass, ja. Geile Nummer, gell? Du sagst, das sind ja alles wirklich auch körperlich aus, es ist ja, da ist ja, ich sag mal, in der vierten Liga, bis auf vielleicht auch bei uns in der Mannschaft ein, zwei Ausnahmen, sind da körperlich ja alle unfassbar fit, ja. Wem Willen sprichst du denn da an, ein, zwei Ausnahmen? Aber den Co-Trainer wahrscheinlich. Man hat so oft am Büro gesagt, nein, 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 das wollen wir nicht sagen. Nee, der Juk, der isst nur Pommes, der Holländer. Genau, richtig. Wo war ich jetzt? Egal, Freiberg. Es sind auf jeden Fall, fehlt es jetzt keine Ballobst, fertig aus, ja, Freiberg 2-2. Ich war in der Halbzeit, hab ich schon gedacht, okay, warum, warum sind wir nicht nah, so nah dran und nach dem, nach dem Spiel, das hat einer geschrieben im Dings, im Forum, fand ich auch, dass der gesagt hat, so vor, während dem Spiel, warum sind wir nicht so nah dran und nach dem Spiel, zum Glück sind wir nicht mehr so nah dran. Ja, weil das ist genau wieder so eins von diesen typischen Dingern. Leute, stell dir mal vor, wir hätten jetzt irgendwie, keine Ahnung, sechs Punkte rückstarten, hätten jetzt auf drei verkürzen können und dann kriegen wir in der 90. Minute so ein Scheißding. Da kann man eigentlich echt schon froh sein, dass wir nicht so nah dran sind dieses Jahr, ja. Also ich hab, äh. Für nächstes Jahr aufgehoben. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so geil starten werden, also ich meine, ähm, wir haben mit Urbich natürlich vorne jemanden, äh, ja, vermisst, der natürlich dort Alarm macht, abgeht wie die Feuerwehr, ähm, Kovacic hat seine Position eingenommen in der Startaufstellung und, äh, ja, und dann kam die Auswechslung. Also ich hab, 1, 2, 0, glaube ich, nach 18 Minuten stand es 2, 0, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, dass, also das erste Tor ist ja sehr, sehr früh gefallen. Ich glaube, es müsste die 14. Minute, glaube ich, gewesen sein und das andere war, glaube ich, so 20. rum oder so, ne? 21. 21. Oh, guck mal da, er guckt, äh, er guckt natürlich genauestens drauf, nicht, dass wir wieder E-Mails bekommen und genau so war's, 2, 0, ganz früh, so gesehen, ähm, in der ersten Halbzeit oder ganz früh im Spiel, 2, 0, dann kannst du das Ding eigentlich locker runterspielen. Dann kommen diese Auswechslungen, Staude raus, also den Torschützen rausgenommen, habe ich mich gefragt, warum? Hat es, das ist die Frage, hat es was eben mit der Pumpe zu tun, dass sein, sein Problem bei dem Wetter, weiß ich nicht. Er hatte, er hatte irgendwie, ne, weißte nie, ob die es dann auch sagen würden, sie haben gesagt, es war eine Grippe, ja, also irgendwie, er war krank angeschlagen und deswegen, ich denke auch, vielleicht ist auch so ein Mix draus, dass er wirklich irgendwie eine Erkältung hatte und dann in dieser Verbindung mit dieser Vorerkrankung, da bist du halt doppelt vorsichtig, ja, ähm, und da, aber da hast du gesehen, da ist ein richtiger Abfall schon mal drin gewesen, also jetzt nicht der Ersatz, sondern die Mannschaft ist abgefallen. Ja, ähm, und dann fand ich aber nochmal so die 58. Minute, das hat jetzt nicht so den großen Unterschied gemacht mit Marc von Beke für Wanner und, äh, Hatschic für Kovacic, ja, ähm, sondern dann nochmal Misanovic für Nazarov und Jopek für Wachs, das war der Bruch. Also da war dann die letzten 20 Minuten, die hätten ja eigentlich nur drei Toren, vier, fünf, sechs, sieben, acht Toren machen können, ja. Ja, ähm, überraschend fand ich, wie angepisst der Neid hat, nach der Pressekonferenz war. Ganz kurz, ganz kurz nochmal zum Spiel, bevor wir zur Pressekonferenz kommen, ganz nochmal zum Spiel. Interessant, mal wieder Marc von Beke eingesetzt worden, der ja eigentlich für die zweite Mannschaft gedacht war, irgendwie so Ergänzungsspieler, aber kam schon vergleichsweise sehr früh knapp zur 60. Minute. Kovacic vorne raus für Hatschic, okay, kann ich so ein bisschen nachvollziehen, dann Misanovic für Nazarov in der 70. Und dann, dann ist es eigentlich zusammengebrochen und das ist halt wirklich, Marc Wachs ist Bombe. Also wer das jetzt noch nicht begriffen hat, dass dieser Spieler macht den Unterschied, dieses Mittelfeld aus Wachs und Müller, bringt uns die Stabilität, die wir vermisst haben in der Hinrunde. Wie viele Konter wurden gegen uns gefahren, wie oft hat die Abwehr komplett alleine da gestanden, wurde überrannt. Die haben diese Lücke geschlossen und Marc Wachs ging raus, ganz ehrlich, und es kommt Jopek und ich soll nicht schlecht über unsere Spieler sprechen, aber ganz ehrlich, Jopek, der hat am Ende noch nicht mal die Dusche verdient, verstehst du? Dem kannst du ein bisschen Trocken-Shampoo hinwerfen, ja, das ist das Maximale, was der verdient er nach so einer Leistung, das ist genau meine Meinung. Der hat es nicht verdient, eine warme Dusche zu bekommen. Und dann bin ich jetzt einfach mal ganz knüppelhart, also die ist ganz weit unter seinen Möglichkeiten, oder vielleicht ist es auch einfach vorbei. Mich würde interessieren, was passiert nach der Saison mit Jopek? Spielt er noch irgendwo irgendeine Rolle? Hat er eigentlich noch Vertrag? Nein, 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 der läuft aus. Also jetzt hat er gerade noch Vertrag, aber danach nicht mehr. Meine ich ja. Ja, der ist komplett außer Form. Er ist, glaube ich, vorher immer ein bisschen über sein Stellungsspiel gekommen, weil ich glaube, der schnellste war er noch nie. So viel Rennen verlernen kannst du nicht, weil langsam ist er. Und ich glaube, vorher hat er viel im Stellungsspiel gemacht, aber der ist einfach komplett außer Form. Das ist echt... Aber ich frage mich, weißt du, ich meine, ich gehe jetzt mal zurück in 1, 2, 3, 4, 5 Podcasts von uns, wo ich immer wieder gesagt habe, er gefällt mir einfach nicht. Nein, da ging es um ein anderes Thema. Da ging es, ja, nee, da ging es um das Thema Leadership, weil ich immer noch glaube, dass er ein guter Leader ist. Also ich glaube schon, dass er sehr anerkannt ist. Vom Fußballerischen hat er jetzt auch definitiv nochmal einen Abfall gehabt. Ich muss mal dieses Wort wegkriegen, Abfall. Er ist schlechter geworden. Er ist auf jeden Fall, definitiv hat er abgebaut. Aber ich fand vom Leadership her, habe ich nie so schlecht gesehen wie du. Das war eigentlich immer die Argumentation. Ich weiß nicht, also ich finde, es hat sich einfach bewahrheitet. Also ich meine, vergleich mal Jopek Albrecht mit Müller-Wachs. Das sind zwei, drei Ligenunterschied. Also mal ehrlich, das ist jetzt nicht übertrieben gesagt. Das sind zwei, drei Ligenunterschied. In der Kombination, in der Kombination. Das ist krass. So, die Frage ist natürlich mit Marc Wachs. Also wie sieht es dort aus, vertragstechnisch? Hast du da irgendeine... Zweieinhalb Jahre. Zweieinhalb, das heißt, der ist safe nächstes Jahr dabei. Ja. Leon Müller? Läuft aus. Eben, gell? Ich wusste jetzt nicht genau, ob der mal was gemacht hat. Wir haben Dings noch, den vergisst man ja immer noch ganz gern. Sascha Korb? Stimmt, stimmt. Er hat ja dieses Jahr leider keine Rolle gespielt. Mezanowitsch läuft aus, da bin ich gespannt. Da bin ich gespannt, ja. Aber ganz kurz zu Mezanowitsch, Alter, dass du das Ding nicht machst. Und zum 3-1 wäre der... Weißt du, dann hätten wir wieder gerechnet. Dann hätten wir richtig gerechnet, ja. Mann, Mann, Mann. Aber so ist Fußball, ja, ganz ehrlich. Ja, das ist halt das. Wie kannst du dann in der paar 90. plus... Boah. Also mir gefällt es aber, wie das immer gerade so ein bisschen noch mehr zusammenwächst. Stück für Stück. Wobei, jetzt können wir aber den Bogen schlagen. Zur Pressekonferenz. Neidhardt sagt, wir haben uns mit diesem Auftreten ganz viel kaputt gemacht. Was hat er damit gemeint? Was meint er damit, wir haben uns damit was kaputt gemacht? Ich meine, das war ein schlechtes Spiel, aber... Also das habe ich wirklich nicht verstanden. Hast du das verstanden, was er damit meint? Wir haben uns damit ganz viel kaputt gemacht. Meint er den Kredit bei den Fans verspielt? Oder meint er irgendwie, die Mannschaft ist natürlich ein bisschen zusammenge... Ist wieder angebrochen an den Knicks? Also diesen Satz habe ich tatsächlich nicht verstanden. Ich glaube schon, dass ich das... Also ich glaube schon, dass er damit gemeint hat. Ich meine, wir haben uns diese Serie aufgebaut. Wir waren auf dem richtigen Weg. Also wenn du dir die Spiele anschaust. Wir hatten dann quasi drei Siege in Folge. und es roch nach dem vierten Sieg in Folge. Verstehst du? Du kannst da durchmarschieren durch die Liga, wo du mit einer stolz geschwellten Brust entweder theoretisch sogar noch aufsteigen hättest können und vor allem komplett stolz dich verabschieden lassen kannst. Du kannst sagen, okay, Hinrunde war von Arsch, da haben wir die Meisterschaft verspielt. In der Rückrunde haben wir gezeigt, was wir können. Jetzt werden wir uns punktuell verstärken und jetzt geben wir richtig Gas. Und die haben, ich glaube, dieses Wunder, dass man vielleicht noch irgendwo diese Minimalschance hat, wenn man alles gewinnt, wenn man richtig Gas gibt, ich glaube, das beflügelt natürlich auch nochmal, als wenn es um gar nichts mehr geht. Ich glaube, dass er schon sehr, sehr viel, wie soll ich es ausdrücken, sehr, sehr viel in diese Mannschaft Positives gesteckt hat und sich ja abgezeichnet hat, dass wir eigentlich hätten dieses Ding gewinnen müssen. Und natürlich, wenn du ein 2-0, Alter, wenn du ein 2-0 dir aufbaust, dann machst du es dir natürlich im 2-2 kaputt. Was ich interessant fand, ist, dass er auch damit die erste Hälfte gemeint hat. Das habe ich gar nicht so schlecht gesehen, aber er hat ja beide Hälften gemeint. Und auch gesagt, unabhängig vom Ergebnis hätte er genau das Gleiche gesagt. Auch wenn sie jetzt 2-1 dreckig gewonnen hätten. Das fand ich wirklich eine interessante Aussage. Es ist so, es ist so. Wir bleiben gespannt, was er damit meinte. Werden wir sehen in der nahen Zukunft. Ich hoffe jetzt halt, dass wir gegen Homburg relativ stabil bleiben, weil dann kommt ja noch ein Spiel, was wirklich wichtig ist, im Hessen-Pokal. Und ich habe jetzt keinen Bock, in so eine Negativ-Spirale gerade zu kommen, weil von der Form her hätte ich jetzt ganz gerne die letzten Spiele schon im Halbfinale gespielt. Nicht, dass wir jetzt wieder in diese andere Richtung, in dieses andere Pendel ausreißen. Aber was ich auch interessant fand, ist, dass der Hawk in dieser extremen Euphoriewelle schon gesagt hat, das wird nicht so bleiben. Wir sind ja mit unserem Kopf wieder so emotional mit drin. Und dann siehst du mal wieder so einen Hawk, der jetzt, was weiß ich, wie lange schon sportlicher, verantwortlicher ist, seit 15 Jahren, keine Ahnung, wie lange der da jetzt schon unterwegs ist. Aber schon so viel Erfahrung hat, dass er ganz genau weiß, dass, hey, da kommt so ein Freiberg dann Auftritt. Das fand ich krass. Ich fand, du hast es ganz treffend gesagt nach dem Spiel, da hast du gemeint zu mir, Alter, wir haben eine erste Mannschaft, die echt abliefert und das Bay-Team quasi, in Fungszeichen. Also sprich, unsere Reservebank ist eine Katastrophe. Und da müssen wir halt schon punktuell schauen. Ja, lass uns doch später nochmal einen Blick vielleicht darauf werfen, wie der aktuelle Stand aussieht, was du denkst, was wir, wo wir uns verstärken könnten. Jetzt erstmal natürlich nicht konkret, sondern konkret wird es dann, wenn die Saison vorbei ist. Nichtsdestotrotz, 2-2 in Freiberg und jetzt geht es weiter. Es geht jetzt Schlag auf Schlag weiter. Am Freitag spielen wir bereits zu Hause gegen FC Homburg, natürlich auch. FC Homburg, die noch irgendwie vom Aufstieg geträumt haben vor zwei Wochen, sind jetzt eigentlich, ja, mit uns in dieser Tristesse angekommen im Mittelfeld. Also ich glaube, drei Punkte weg von uns. Ja, also wer kann dann überhaupt noch aufsteigen? Das ist Stuttgart-Hoffenheim, Stuttgart der Kickers, ne? Genau, Stuttgart-Hoffenheim oder Stuttgart der Kickers. Ja, Frankfurt 2 und Freiberg haben beide die Lizenz nicht beantragt. Also es sind wirklich noch die drei. Genau, richtig. Die drei und das war es dann auch. Freiberg definitiv nicht, Frankfurt auch nicht. Und ja, ansonsten alles, was dahinter kommt, ist ja dann schon wieder nur Tabellenrechner-Kram. Ich will auf jeden Fall vor Fulda hängen, bleiben. Ich will nicht hinter Fulda landen. Das haben wir letztes Jahr schon gehabt, glaube ich, ne? Das will ich nicht nochmal. Da schaue ich auch nicht drauf, ganz ehrlich, ob du, ganz ehrlich, am Ende ist es doch egal. Nein, das ist so... Zweiter wirst du der 13, da ist mir egal. Ne, das ist so ein Ding. Ich will nicht hinter Fulda landen. Ne, ne. Ne, wenn sie nicht Borussia-Fulda wäre. Ich will einfach diesen Trend, diesen Trend, den wir gerade haben. Ich meine jetzt, jetzt ist das Glas mal wieder halb voll. Wir sind jetzt seit vier Spielen ungeschlagen, haben quasi... Stell dir mal vor, du hättest eine Hinrunde aus diesen drei Spielen diese Punkte geholt, dann würdest du heute ganz woanders stehen. Wie ist denn der Rückrundenrechner? Wobei, der hat früher angefangen, ne? Rückrunde sind wir Stand jetzt. Ja, okay, Sechster. Aber nur fünf Punkte Rückstand auf die Schuhe der Kickers, ne? Die sind nicht konstant. Krass. Na ja, hätte ich auch nicht gedacht. Aber auch die werden noch Punkte lassen, wir sehen. Und wie gesagt, wir spielen jetzt erst mal gegen Homburg. Und dann müssen wir uns ja noch korrigieren. Ich habe die ganze Zeit von Eder Bergland gesprochen. Stimmt gar nicht. Wir spielen gegen Wolfhagen am 16.04. im Hessen-Pokal-Viertelfinale. Wo spielt Wolfhagen? Wolfhagen, in der Regel in Wolfhagen. Die spielen in der Verbandstilie. Die spielen in der Verbandstilie. Okay, eins über unserer zweiten Mannschaft. Nächstes Jahr spielen wir ja gleich. Die sind ja richtig, ja, die sind aber Hessen, die sind aber oben dabei, oder die gewinnen doch alles hier. Ah ja, wie gesagt, deswegen, also ich glaube, der Pokal hat seine eigenen Gesetze, da muss man aufpassen. Marco, das hast du letztens so schön gesagt, im Sport geht es immer um Momentum. Die sind jetzt Tabellenerster, haben einen Riesenlauf. Ganz genau. Ui, das wird alles andere als Fallobst. Ganz genau. Ich glaube, das wird sogar noch schwerer als das letzte Spiel. Da haben wir gegen, waren die Hessen-Liga? Die waren unten als Hessen-Liga. Ich glaube, das ist ein schwerer Spiel als, ja, ja, genau, das ist schwerer als das letzte Spiel. Genau, deswegen, wir werden es sehen, bleiben gespannt. Wichtiges Spiel natürlich. Noch drei Spiele, bis wir im DFB-Pokal spielen. Wenn ich ein Ende für die Saison habe, ist natürlich Hessen-Pokalsieg, keine Frage, plus die letzten drei Siege in der Liga. Das wäre, wo ich sage, damit kannst du richtig Euphorie entfachen für die nächste Saison. Ja, absolut. Dann kannst du richtig Euphorie entfachen. Genau, und dann, ich bin jetzt einfach mal ganz frech. Ich hole jetzt die drei Punkte gegen Homburg raus. Und dann gegen Baling und gegen Koblenz sind es Pflicht-Siege. Das heißt, wir sind neun Punkte in den nächsten drei Spielen. Wolfhagen ist ja ein sogenanntes Pokalspiel. Da geht es nicht um Punkte, sondern ums Weiterkommen. Das heißt, da hast du dann neun Punkte mehr auf dem Konto. Dann spielen wir noch gegen Hessen-Kassel. Da geht es natürlich um die Wurst bei denen, auch gegen den Abstieg. Mainz 2 und Steinbach-Heiger. Ich würde mich freuen, wenn wir am allerletzten Spieltag Steinbach in die Hessen-Liga schießen würden. Und deswegen schwenken wir jetzt einfach mal einen kurzen Blick in die Dritte Liga. Um zu gucken, was dort los ist. Weil das ist ja auch wichtig für uns. Es ist ja auch wichtig für uns, was ist in der Dritten Liga gerade Phase. Aber es ist aus vielerlei Gründen wichtig. Denn die Dritte Liga-Absteiger definieren ja am Ende unsere Absteiger in die Hessen-Liga. Das heißt, Freiburg 2 ist sicher abgestiegen. Rein rechnerisch, glaube ich, ist es sogar schon durch. Also das ist nicht mehr machbar. Aber die Klobürste der Liga, Alter. Waldhof Mannheim, die auch den letzten Dreck mit in die Ränge aufnehmen. Die haben es geschafft, sich da rauszukämpfen. Sobocik mit seinem Trainer Sreto Ristic. Also Ristic ist schon weg. Sobocik wahrscheinlich im Sommer auch. Fünf Punkte Abstand zum rettenden Ufer, auf dem momentan sich Waldhof klammert. Haben wir jetzt am Wochenende wieder gewonnen. Das bedeutet, Stand heute, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, wir reden von fünf Punkten, ist Halle abgestiegen mit Sobocik. Und Waldhof Mannheim gerettet. Bedeutet, wir hätten nur einen Absteiger mehr. Also sprich vier Absteiger aus der Regionalliga. Würde bedeuten, ja. Du kannst fast sogar noch einen Punkt draufrichten, weil zehn Punkte in Differenz noch sind. Also eigentlich hat sie nicht eine Tor-Differenz. Tor-Differenz ist ein halber Punkt. Ja. Ja, musst du so rechnen. Nein, das ist nicht ein Punkt mehr. Nein, die einen Punkt mehr werden sofort hinsitzen. Das ist ein halber. Nichtsdestotrotz, da ist es wieder das Klugscheißen, jawollo. Also, nichtsdestotrotz, du hast vollkommen recht. Also die Tor-Differenz sind auch da. Das heißt eigentlich fünfeinhalb Punkte vorm Halleschen FC. Und, nein, dann wären es sechs. Das würde nämlich bedeuten, dass es ein Unentschieden reichen würde. Halle braucht sechs Punkte. Mehr. Du musst sechs Punkte auf Waldhof aufholen. Also es sind sechs Punkte. Ja. Die haben ja noch ein paar Spiele zu spielen. Das Tor-Verhältnis kannst du ja auch noch dabei ändern. Ja, genau. 1-5-0, dann sieht die Welt wieder anders aus. Boah, das ist so krass, dass die einfach sechs Tore in einer Halbzeit geschossen haben, sehe ich gerade, die Mannheimer. Wahnsinn. Und jetzt eine Sache, die noch total spannend ist. Und da bin ich ein bisschen dankbar. Es tut mir auch ein bisschen leid, weil ich hier im Ort jemanden habe, der ganz großer MSV Duisburg-Fan ist. Aber der MSV Duisburg, der steigt ab in die Regionalliga. Also ich meine, acht Punkte werden die nicht mehr aufholen in den letzten, was sind es noch, sechs Spielen? Aber keine Sorge, die sind vor uns wieder in der dritten Liga. Und das ist halt so dieses, alle sind so hochgekommen, alle sind so wieder oben. Also wenn du die Regionalliga guckst, sei es von Lübeck bis Ulm, bis was weiß ich was, Jan Regensburg und so weiter. Mal, ja. Genau, Würzburg macht es jetzt auch wieder wahrscheinlich, keine Ahnung, auf jeden Fall, alle sind so wieder hochgekommen. Nur der UFC nicht und jetzt kommt zum Glück MSV Duisburg runter. Vielleicht werden dann alle Kameras auf die gerichtet und nicht auf uns. Ja, das ist doch schön, das ist doch schön. So, dann haben wir, genau, also das ist ganz wichtig natürlich nochmal, der Blick in die dritte Liga bedeutet ja auch für uns, der Lutz freut sich, der ist ja heimlicher Mannheim-Fan geworden. Der ist ein Waldhof-Fan, ganz großer Waldhof-Fan. Hat er auch immer neben dem Mikrofon gesagt, ne? Ich glaube, dafür kriegst du eine Schelle, dass du das jetzt gesagt hast. Das durfte ich nicht, ne, hat er gesagt. Aber er hat ja in unserem Podcast gesagt, dass er, ja, dass er wieder, das Schlimme ist ja, dass man ja gezwungen sein muss, darauf zu hoffen, dass die gerade so in der dritten Liga bleiben und danach können sie von Gürsen Insolvenz anmelden und in die fünfte gehen. Aber ja, die retten sich wohl. Wir haben ja noch ein paar andere Themen. Wir haken das erstmal ab. Ein Thema, was dir auch ganz besonders wichtig war, ist das ganze Thema Verletzungspech. Also das, was ist denn da los beim UFC? Vom ersten, also vor dem ersten Spieltag so gesehen, ging es los und zog sich ja durch. Sei es Sascha Korb, sei es unser Kapitän Rossmann. Einer nach dem anderen. Nazarov angeschlagen, Leon Müller. Genau. Und vor allem, man kann ja immer sagen, gut, Nazarov ist ein älterer Spieler, der will eh immer angeschlagen sein. Keanu Staude hat schon eine Vorgeschichte, ist auch immer angeschlagen. Leon Müller hat noch nie ein Spiel verpasst vor uns und verletzt sich dann direkt. Also das finde ich immer so krass. Sascha Korb hatte, ich glaube, der hatte keine Probleme vorher mit den Knien gehabt. Bei uns reißt er sich das Kreuzband. Krass. Gut, Rossmann, aber ich meine, gut, was willst du machen bei einer Achillessehneris? Also du kannst dir nichts machen. Du kannst dir nichts machen. So. Das ist einfach, es ist brutal. Vor allem die Scheiße. Das haben wir schon mal gesagt. Wir haben das schon immer so Schlüsselspieler gehabt, die sich einfach immer verletzen. Ja, ich denke immer an so ein, für mich war damals der Aufstieg, warum wir nicht unter Rissen, Rissic, aufgestiegen sind, war damals die Verletzung von Soriano. Das war damals so ein Punkt, wo ich sage, der liegt da mit dem Knie und ich habe gesagt, das war es. Ja, da waren wir noch mittendrin richtig dick im Geschäft, aber da wusste ich, das war es. War nicht noch eine Elfmeter geschossen in dem Spiel? Ja, das kann sein. Mit Montauk machte ich das Kreuzband gerissen. Aber das waren, wir haben immer so Schlüsselspieler, die sich verletzt haben. Ich wollte letztens mal eine Aufstellung machen. Das war irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, welche Spiele das sonst waren, aber es waren immer richtig wichtige Spieler, die sich bei uns einfach verletzen. Und auch immer so krass verletzen. Guck dir mal so einen Flauder an, der bricht sich das Bein im Spiel, der ist jetzt Sportinvalide. Also bei uns ist irgendwie irgendwas im Rasen, keine Ahnung. Das ist brutal. Ich habe keinen Satz. Das ist wirklich, es ist wirklich, wirklich, wirklich brutal. Ich finde es auch, es ist so viel Pech und das Schlimme ist ja, und das haben wir ja schon das ein oder andere Mal besprochen, dass die Spiele ja nicht so zurückkommen und sofort irgendwie funktionieren, sondern die Spieler kommen zurück und dann brauchen die erstmal eine gewisse Zeit, bis sie wieder drin sind. Also bis sie wieder komplett auskuriert, physisch ist das andere, aber wieder auf diese Leistungsspitze zu kommen. Das ist halt schon, das wird schon dauern. Ja, natürlich. Das wird hart. Was mich überrascht ist, dass der Sascha Korb jetzt noch nicht mal Mannschaftstraining ist. Also das so ein Kreuzbandriss ist ja schon fast ein Jahr her jetzt, oder? Wann war das? Im Juli? Ja, irgendwie so. Es ist schon, es ist schon lange her. Heavy. Genau. Und dann sind wir ja, genau, als wir uns getroffen haben, sind wir dann so durch die Katakomben gegangen, beziehungsweise unterhalb unseres Blocks. Und dann war dann so dieses... Nach dem Spiel war es, ja. Das ist so interessant, diese Tristesse, ne? Fällt dir dann so auf, du gewinnst, dann gehst du dann da raus, die Treppe runter und dann ist alles grau in grau. Dann haben wir so gedacht, Alter, da muss doch mal ein bisschen Farbe in den Block. Ja. Also ganz ehrlich, gib dem Lutz doch mal wieder irgendwie, keine Ahnung, eins, zwei Eimer Acrylfarbe oder irgendeinen Scheiß und dann kann er mal wieder sie austoben. Naja, dem Lutz langst du in dem Senfglas in die Hand gibst und er damit rumpinselt, ja. Ich meine, mit Gelb kann er nicht relativ viel anfangen, aber ich denke, den Rest kann er dann, kann er da schon verwenden. Aber gebe ich dir vollkommen recht. Ich fände es geil, wenn wir ein bisschen Farbe im Block wieder hätten. Also ich meine, die haben es ja vor ein paar Jahren, haben es ja die Jungs-Kollektiv oder von der Szene hier schon geil gemacht. Die haben ja schon diese rot-weißen Treppen. Das war ja schon eine coole Aktion. Ich glaube, während Corona war das so ein bisschen Farbe reingebracht. Aber es fehlt einfach, ja, es fehlt so ein bisschen tatsächlich. Ich finde auch, wir sollten mal gucken, ob das überhaupt möglich wäre. Ich glaube, das ist etwas, das könnten wir uns ja auch mal fragen oder beziehungsweise auch mal eher fragen, ob man nicht irgendwie diese Katakomben quasi, also sprich den Ort unterhalb der Tribüne, da wo es Washten und Bier gibt, ob man das nicht irgendwie verschönern kann. Kann man da nicht irgendwas machen, dass man sagt, hier, jeder kriegt nur einmal Fapp in die Hand und dann gib ihm. Irgendwas, oder ich weiß es nicht, aber das ist so traurig irgendwie, das ist so trist da unten. Und vielleicht noch ein Wort, ein Wort muss ich jetzt mal sagen, das Thema Toiletten. Freunde, 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 ja. Also wie ihr unsere Toiletten behandelt, das ist schon brutal, ja. Da könnte man jetzt, äh, jetzt muss ich, was ist das, da könnte man jetzt einfach mal sagen, hier, ähm, ja, es muss nicht sein, wenn ihr euch schämt, weil ihr ihn zu klein habt und nicht ans Pissoir wollt, dann klappt wenigstens die Brille hoch. Alter, ist das brutal. Also der ein oder andere, der dann da mal irgendwie zu viel Äppler getrunken hat und da mal drauf gehen muss. Echt? Ja, das ist schon heftig. Ich war, ich war, ich war noch nie bei diesem Sitzclose drin, tatsächlich. Ja, das Ding ist ja, seitdem ich halt ein Kind habe, wie gesagt, das ist mir jetzt das eine oder andere aufgefallen, äh, wenn ich da mit dem Kleinen da drin war, das war schon heftig. Also es war schon, ich meine, das ist halt, wir leben immer noch im 21 Jahrhundert, aber das kriegen wir irgendwie nicht hin. Wahrscheinlich ist es halt Fußball. Es ist halt, es ist halt so, es ist schon, es ist schon heavy. Mich wundert es aber, dass wir überhaupt solche, ähm, dass da diese Sitzbrillen, sind da richtige Sitzbrillen dran, weil bei solchen Klos hast du ja, hast ja gar keine Brillen mehr aus diesem Grund halt, aber das hast du KPC hier drauf. Weil die Angst haben, dass die Leute die natürlich werfen. Ja, und erst kommt die Bratwurst geflogen und dann die Brille hinterher. Das ist auch der Grund, warum es keine Klobürsten gibt da unten, ne? Das ist immer vor, der würde die an den Kopf kriegen. Das wäre ja auch lustig. Kriegst du eine Klobürste an den Kopf geworfen? Das wäre offenbar, das wäre offenbar, wie es leibt und lebt. Aber das ist so etwas, das wollte ich einfach mal ansprechen. Und der nächste Punkt, was es sehr, sehr häufig irgendwie gibt und was sehr, sehr häufig auch besprochen wird, ist das ganze Thema Handy im Block. Also jetzt können wir natürlich wieder argumentieren von wegen, guck, 90 Minuten Fußball packt das Scheißding weg. Aber ich glaube, wo es halt kritisch wird, ist das ganze Thema Instagram-Fotos machen und Facebook-Fotos machen und so weiter. Ich verstehe es nicht. Es ist schon heftig. Ja, aber ich verstehe es nicht, dass du nicht mal 45 Minuten am Stück kein Handy in der Hand haben kannst. Ja, also das verstehe ich nicht. Ich sehe da auch teilweise Leute, die sitzen dann, stehen dann im Block und von diesen 45 Minuten oder von diesen 90 Minuten sind die 70 Minuten am Handy. Warum? Genieß doch einfach mal den Moment. Ja, das sind so Leute, die müssen ins Kino gehen, damit sie kein Handy benutzen müssen. Ja, das ist, ich verstehe das nicht. Du kannst doch einfach mal 45 Minuten das Scheißding weglassen. Oder auch in der Halbzeit. Ich bin immer ganz froh, ich habe eh kein Netz da drin, was es wunderbar einfach macht. Ja, das ist irgendwie so auch, ich glaube, deswegen gehe ich auch so gerne zum Fußball einfach, dass ich mal sagen kann, ich habe kein Handy jetzt für die nächsten drei Stunden und ihr könnt mich alle nicht erreichen. Das ist einfach super geil. Ja, und das sind so Debatten, wo ich sage, lass doch das Handy auch draußen. Und das ist ja Punkt eins und Punkt zwei ist, also genieß mal den Moment. Punkt zwei ist, das sind halt auch Leute, die wollen eben nicht fotografiert werden, was ich auch sehr gut verstehen kann, dass du da entsprechend nicht abgelichtet werden willst. Lass uns doch mal, genau, wollte ich gerade sagen, lass uns doch mal so darüber kurz sprechen, das gesamte Grundsätzlichverhalten im Blog. Es ist ja immer öfteren jetzt schon, des öfteren ist es jetzt schon Debatte geworden, auch im Forum gibt es dazu irgendwie so einen Punkt. Und ich finde es halt schon krass, ich habe vielleicht auch so eine ganz kuriose Sicht auf die Dinge, weil ich halt noch sehr, sehr oldschool bin, was das angeht. Aber gerade dieses Thema Bilder machen im Blog, von oben, von hinten, von mir aus. Aber doch nicht, ich meine, vorne hast du halt die Ultras und was weiß ich, was da alles keucht und fleucht bei uns im Blog. Ey, diese Leute kannst du doch nicht ablichten. Weißt du, ich meine, ich habe gesehen davon, dass du die eigentlich doch mal fragen müsstest. Und ich sehe halt des Öfteren, wie vorne diese, keine Ahnung, dieser Mob von uns, auch irgendwie Pyrotechnik oder sonst irgendwas, und die Leute dann einfach das Handy zücken und dann Fotos davon machen, reinzoomen und so weiter, wo ich mir denke, ey, habt ihr sie noch alle? Dann verschickt ihr die am besten noch bei WhatsApp und direkt irgendwie an die Polizeikommission, damit sie auch Ja jeden finden. Ich kann das schon verstehen, dass der eine oder andere sich aufregt. Ich möchte da auch nicht. Ich hatte zum Beispiel die Situation gehabt, einmal, das war jetzt nicht in Offenbach, aber einmal in einem anderen Spiel hatte ich meinen Sohn dabei gehabt und dann haben dann Leute wirklich die ganze Zeit Bilder gemacht und auf diversen Fotos war dann halt mein Sohn drauf. Und das möchte ich einfach nicht, Punkt. Und da habe ich dann auch einen Riesenfass aufgemacht, das war mir scheiße gehabt. Ich hätte das Ding nicht vor meinen Augen gelöscht. Und da habe ich auch gesagt, Digga, und jetzt gehst du auch noch in den Papierkorb und löscht es von dort auch auch raus, ja. Dann hätte ich ihm das Scheißding aus der Hand genommen und hätte es aufs Spielfeld geworfen, ja. Das, also, ganz ehrlich, das geht gar nicht für mich. Nee, wir haben ja schon, in Deutschland haben wir eh schon einen krassen Datenschutz, so, ja. Also, abgesehen davon, dass es gar nicht darf, wollte ich es auch nicht auf jedem irgendwie x-beliebigen Foto drauf sein. Ich finde das, wie du sagst, eh krass, wenn da so Leute auch Selfies machen und du stehst hinten dran und denkst dir, yo, nee, was soll das, ja. Oder Leute dann auch, also, mir geht es ja schon auf ein Sack, der immer relativ abseits steht vom, ich sag mal, eigentlichen Geschehen und dann Leute irgendwie rumfilmen und so rumschwenken, wo ich da draufgekommen und so denken, was soll das? Ja. Das ist halt genau diese Sache. Wir finden halt Pyrotechnik mega geil und dann zündet jemand Pyrotechnik und wird erst mal das Handy drauf gehalten, wo ich mir so denke, Digga, ja, diesen Menschen, der das macht, der macht das, weil du es nicht machst. So. Ganz genau, ja. Und damit wir eben genau dieses Flair noch haben und der geht dafür ein ganz, ganz großes Risiko ein, dass er das macht und du hältst da mit der Handykamera drauf, Alter, das geht nicht. Nee, 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 nee. Also da bin ich strikt dagegen und da sollten alle sich mal an die eigene Nase packen und sich nochmal überlegen, ob sie nicht einfach dann für diese Zeit das Handy einfach mal in Flugmodus machen, in die Tasche packen und dann einfach mal wirklich 90 Minuten Fußball gucken. Und zwar, dabei dürfen die gerne saufen und dabei dürfen die auch gerne rauchen. Ich finde, im Fußball gehört das einfach dazu. Ich dampfe ja diese schöne E-Zigarette, ab und zu schnorre ich mir auch noch eine Zigarette von meinem Stehplatz-Nachbarn und jetzt ist ja seit neuestem auch das Kiffen legal, das ist ja schon öfter auf unserer Tribüne gewesen. Ich sag mal, da bin ich jetzt kein Freund von, weil ich das einfach eklig finde, aber ich finde, man muss einfach sagen, dieses sich betrinken und dann wird auch mal beim Torjubel auch das Bier in die Luft geworfen und beim Rauchen. Weißt du, ich ziehe halt auch nicht meinen besten 1000-Euro-Mantel an, wenn ich in den Stehplatzblock gehe, sondern halt eine alte Jacke, die halt auch mal ein Brandloch kriegen kann. Das gehört einfach dazu. Oder mal irgendwie eine Bierdusche. Und wenn ich dann diese Leute sehe, die dann sagen, nee, ich finde das nicht in Ordnung, da wird dann geraucht, ich sitze in meinem Kind, ah ja, dann geh doch in den Familienblock oder geh auf die Haupttribüne irgendwo abseits. Momentan ist das Stadion ja nicht so voll, dass du keinen Platz findest, wo keiner um dich rum sitzt, ja. Da hast du deine Ruhe mit deinen Kindern. Bin ich bei dir und ich war einmal in England im Stadion 2017 bei Millwall und da darfst ja nicht rauchen und nicht saufen. Ich fand, das war so, äh. Ja, das macht keinen Spaß. Es macht keinen richtigen Spaß. Wenn du da sitzt, das gehört für mich auch einfach zum Fußball dazu. Das ist einfach so, ja. Das ist genau meine Meinung. Ja, wie stehst du in dem Fall zum Thema Fahnen? Ja, das habe ich ja auch dann, ich musste dann auch meinen Senf abgeben, aber hier im Forum habe ich da auch mal so einen Satz dazu gesagt. Also ich grundsätzlich finde, also ich finde halt, dass jeder irgendwie einen Platz im Stadion hat und normal, man muss einfach sagen, Ultrakultur gehört zum Fußball dazu heutzutage. Es ist nun mal so, kannst du das gut finden oder schlecht finden, aber es gehört einfach dazu, genauso wie es jetzt inzwischen zu Offenbach gehört. Und zu dieser, zu dieser, ähm, zu dieser Kultur gehört natürlich auch das ganze Thema Präsentation der eigenen Fanszene. So, und da haben halt ganz viele kleine Schwenkfahnen. Und ich muss ganz offen sagen, ich mag es nicht, aber dann halte ich meine Fresse und gehe aus diesem Grunde den Block daneben, wo es das nicht gibt. Und dort, wo es okay ist, also es war ja damals schon so, also ich meine, wir haben jetzt diese Diskussion, glaube ich, gehabt, weil es eine Petition gab in Düsseldorf, dass die Fahnen verboten werden sollen oder was auch immer. Äh, da gehst du halt einfach in den Oberrang. Und das habe ich in Dortmund dann auch gemacht, als ich dann früher von, äh, Block 12 Unterrang hoch in den Oberrang gegangen bin. Da gab es die Fahnen einfach nicht. Und dann, äh, bei der Nationalmannschaft sehe ich das ähnlich. Äh, oder sonst irgendwo bei irgendeinem Fußballverein. Da gibt es so ein Unter-, so ein, ja, Fußball-Nationalmannschaft ist natürlich ein scheiß Beispiel, weil da gibt es keine Fans mehr. Aber, ähm, aber, unten, sollen sie machen, sollen sich austoben, alles cool, ich finde es auch schön, dass sie das machen, weil die präsentieren auch die Fanszene und das ist den ihr Ding. Und wenn es mich stört, gehe ich aus diesem Block raus, stelle mich etwas weiter höher, stelle mich etwas weiter zur Seite und dann sehe ich es nicht und fertig. Und lasse die Jungs machen und fertig. Ganz einfach. Das ist meine Meinung dazu. Weil das ist, das ist ja genau dieses, wo hört, wo fängt diese Debatte an und wo hört diese Debatte auf? Wir haben gerade eben über das Rauchen gesprochen. Dieser Mensch, der sich über die Fahnen beschwert, kriegt wahrscheinlich eine Beschwerde, dass er sich gerade eine Zigarette angezündet hat. Oder der sein Bier trinkt, ja. Und er sagt, lass mich doch Bier trinken und rauche, das gehört zum Fußballer zu, das haben die früher in den 50er Jahren auch so gemacht. Ja gut, wenn du das für dich beanspruchst, beanspruchen die halt eine Fahne zu schwenken. Weil das gibt es ja auch schon seit eh und je. Und ich finde, in Offenbach ist es sehr, sehr, sehr human. Also guck mal in die erste Liga, in die zweite Liga, in die dritte Liga. Da wird beim 5-0 liegst du zurück, da wird 90 Minuten Fahne geschwenkt und irgendeinen Scheiß gezogen. Es ist noch sehr spielbezogen hier. Hier wird die Fahne geschwenkt beim Einlaufen, hier wird die Fahne geschwenkt, wenn die 75. Minute diese Glocke läutet, wenn ein Tor fällt. Aber ansonsten versuchen die, und das Schöne ist, und das finde ich mal beachtlich, achte mal darauf, gerade die großen Fahnen, die wedeln die auch noch so richtig rein. Also sprich, die rollen die so ein bisschen auf, dass man auch wirklich dran vorbeigucken kann. Und lassen die nicht einfach offen, in Anführungszeichen, dort stehen. Ja. Also, leben und leben lassen. Habe ich auch nichts mehr hinzuzufügen, meine Meinung. Ich kann mich auch an den alten Biberer Berg erinnern, wo immer dieses, diese Säule war, mitten im Block. Ich habe mich auch nicht dahinter gestellt und mich beschwert, dass ich nichts sehe. Ja, also, das ist ja genau das. Ich stehe ja im Block 2 und bin nicht von den Fahnen betroffen. Also auch da kann ich mich woanders hinstellen. Bin ich zu 100% bei dir. Ich kann mich nicht irgendwo hinten dran stellen und mich dann beschweren, dass ich nichts sehe. Und das ist nämlich genau diese Sache, die jetzt gerade schön in der Astronomannschaft siehst. In der Astronomannschaft gab es nämlich genau diese schönen Debatten. Wir wollen diese Fußballfans nicht mehr, das sind ja alles Huls, die schlagen sich alle auf die Ampel. Und die wollen wir alle nicht mehr im Stadion haben. Du musst deine Personalien abgeben, wenn du schon mal irgendwie eine Vorstrafe hattest, hast du sowieso schon mal keine Karte mehr gekriegt. Ist ja jetzt gerade hier Fanclub Nationalmannschaft. Ich wollte einen Fanclub anmelden. Und dann ging es ganz sofort, ja, wir müssen dann irgendwie in Gesprächen, es wird alles geprüft. Dann kam dann direkt erstmal eine E-Mail zurück von wegen, ja, Marco, du bist ja hier in dieser Datei Gewalttätersport, weil du mal als 18-Jähriger, ja, zu, weißt du, zu weit nach links gepinkelt hast. Und die Brille drauf hast. Deswegen bist du jetzt in dieser schönen Kartei drin. Und das dein Leben lang, ist doch scheißegal warum, das interessiert auch keinen Menschen, weil du bist drin. Deswegen kannst du ja keinen Fanclub mehr anmelden. So, und dann bitte keine Fahnen mehr, bitte nicht mehr saufen, bitte nicht mehr rauchen. Und dann vergehen ein paar Jahre. Und dann auf einmal gehst du in ein Schalke-Stadion, wo du in das Nationalmannschaft spielt, oder ein Dortmund-Stadion und es ist ruhig. Du kannst dich so, wie wir jetzt gerade, ganz normal unterhalten. Obwohl 60, 70, 80.000 Menschen in diesem Stadion sind. Weil eben du alles getan hast, damit die Menschen keinen Spaß mehr haben, keinen Bock mehr auf die Nummer. Und wenn du das anfängst hier in Offenbar auch zu machen, dann ist das Erste, was passieren wird, oh, unser Block ist ja tot, da passiert ja nichts mehr. Die, die sich beschweren über Bier, über Kiffen, über, ich bin einer, der sich über Kiffen beschwert, aber ist egal, über Rauchen, über Fahnen, über Ultras, über Trommler, über Megafon. Das nehmen wir alles weg. Und was bleibt uns dann noch? Dann bleiben uns so ein paar Rentner, die dann sagen, oh, geil, alles ist weg. Und dann heißt es dann nach zwei Spielen, wir haben gar keine Stimmung mehr. Digga. Da muss man halt wirklich einmal ansetzen und sagen, hey, nee, das ist das, was die Leute machen wollen, lasse machen. Früher hat man sich geprügelt, das war die Jugend von damals. Die anderen haben das gemacht, die anderen haben das gemacht. Und für mich gehört zum Fußball einfach ein guter Kipp. Ein schön kaltes Bier hoffentlich. Gut, Kipp. Ah ja, ist so. Ich rauche nie. Ich rauche nicht mal mehr auf Partys. Ich rauche aber im Fußball hier und da mal eine Zigarette. Und dann gleich mit, nee, das gehört irgendwie dazu, dieser Geschmack im Stadion. Das ist einfach für mich, das ist einfach, dieser Geruch als Kind schon. Der eine hat irgendwie im Forum geschrieben, der Zigarrenduft in Offenbach, das kenne ich auch. Als ich damals ins Stadion gegangen bin, als kleiner Knippes, da wurde noch im Auto geraucht mit geschlossenem Fenster, weil es kalt war. Ja, und da wurde auch nicht rumgeheult. Und das Stadion ist quasi an der frischen Luft. Also, nee. Da bin ich dann doch bisher oldschool. So. Hast du noch was dazu zu sagen? Nein, ich wollte mit der Frage anfangen, wenn du nicht... Ja, nee, 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 ich habe noch... Ich habe noch ein, zwei Sachen. Ja, ja, ja. Oh, oh, oh. Ein, zwei Sachen habe ich noch. Denn als wir nämlich auf der Tribüne standen, erreichte uns eine Heilmeldung. Es wurde ein Bus angegriffen vom Hessen-Kassel. Ein Bus. Ein Bus. Da waren irgendwelche Menschen drin, die anscheinend Kassel-Fans waren. Und er wurde angegriffen. Und es stand sofort drauf, es wird vermutet, dass es Fans von Kickers Offenbach waren. Letztens in Hamburg hat jemand in die Alz der Geschisse, ich vermute, das warst du. Ich habe zwar keine Beweise, dass du in Hamburg warst. Ich habe keine Beweise. Nein, ich vermute, weil ich traue dir zu, weil du einfach gerne scheißt. Keine Ahnung, was du das warst. Ich könnte im Strahl kotzen, egal wer es war, bevor du keinen verdammten Beweis hast. Ja, bevor die Leute festgenommen sind, ja. Du nimmst einen fest, was weiß ich was, oder der trägt ein Offenbach-Trikot, was weiß ich, der trägt irgendwas von der Kickers, mir ist scheißegal. Aber dieses sofort in die Berichterstattung reinbringen, es waren vermutlich Fans von Kickers Offenbach. Da wurden Gullideckel und Pflasterscheine geschmissen. Weißt du, was das wieder, das nervt mich. Beweise es, sonst ist es nicht passiert. Es wird ja auch generell immer direkt ein Fass bei uns aufgemacht. Da sind wir wieder beim Thema, was wir vorhin schon gesagt haben. Wir werden irgendwie, keine Ahnung, extrem beäugt. Ich finde es immer so geil, wenn irgendjemand irgendwo Graffiti sprüht, wo UFC drauf ist, gibt es immer direkt einen Zeitungsartikel. Ist egal wo. Und dann, bist du immer die scheiß A3 lang gefahren? Ja, bist du. Schon des Öfteren. Muss ich nichts mehr zu sagen, oder? Das ist, also, das finde ich so witzlos. Das finde ich so witzlos. Da beschwert es dann wieder keiner drüber, ja. Weil, ach, das ist doch Kultur, ja, ja. Und du weißt auch, was die jedes Mal abziehen. Ja, was da abgezogen wird da drüben. Und ja, ist, wird da eben fast aufgemacht? Scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Nein. Aber das wollte ich einfach nur mal sagen. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der noch vielleicht positiv ist. den ich nochmal ansprechen möchte. Wir haben etwas vor, als Offcast. Ah, stimmt. Oh, den konnte ich das vergessen, ja. Das dürfen wir nicht vergessen. Und zwar wurden wir angesprochen vom hessischen Rundfunk. Und wir waren erstmal skeptisch. Denn der hessische Rundfunk und Kegers Offenbach, das ist, das verträgt sich so gut wie Feuer und Wasser, wie Schwarz und Weiß. Und ja, es war wirklich, es war wirklich erstmal, wie soll ich ausdrücken, man war vorsichtig. Wir wurden angefragt. Wir haben eine gewisse Art von Skeptis. Wir haben ja auch viel diskutiert vorher, ob wir da jetzt uns drauf einlassen oder nicht. Schon vor dem ersten Gespräch, ja. Und zwar hat der hessische Rundfunk vor, über den OFC eine Dokumentation zu drehen. Nicht direkt über den OFC, sondern die Frage dabei ist, wie ist es, Fußballfan zu sein? Ich erzähle ganz kurz was dazu, weil es für euch alle relevant sein wird. Das heißt, jemand, ein junges Mädchen, ein kleines junges Mädchen macht ihren ersten Film für den hessischen Rundfunk. Ein sehr sympathisches junges Mädchen, muss man dazu sagen. Und die hat sich, weil sie aus Offenbach kommt, den OFC ausgesucht. Sie wollte einfach mal erfahren, wie ist es eigentlich, Fußballfan zu sein, weil sie selbst mit Fußball nichts zu tun hat. Und geht dann zum OFC. Hat uns dafür angefragt, ob wir nicht helfen können, das zu organisieren. Denn, wenn man so einen Fußballfilm dreht, braucht man nicht nur Kontakte, sondern man muss ja auch vorsichtig sein. Denn ich möchte nicht, dass gewisse Themen angesprochen werden bei uns und auch gewisse Personen gezeigt werden, die es auch nicht möchten. Somit haben wir einen Rahmen abgesteckt. Wir haben Menschen eingeladen zu Gesprächen, wir haben Menschen befragt. Unter anderem kann man ja offen sagen, der Freckel, der mit eingebunden wurde. Die natürlich für Kickers Offenbach stehen als Gesicht. Und haben dann geholfen zu, ja, einfach zu organisieren. Denn wir bekommen Besuch vom hessischen Rundfunk. Und zwar am 20. April. Heimspiel gegen Balingen. Werden wir ein Open Mic machen. Das ist der Plan. Und bei diesem Open Mic, das kennt ihr schon, kann jeder kommen. Wir haben bewusst gesagt, das letzte Mal war das Open Mic ja aufgebaut unterhalb der Waldemar-Kleintribüne. Wir werden, also diese Dokumentation, das haben wir den Damen auch ans Herz gelegt, wird nicht gedreht in den Blöcken der Waldemar-Kleintribüne, sondern sehr wahrscheinlich auf der Henninger-Slash-Orion-Slash-Kleintribüne. So, und das heißt, dort wird man live dabei sein. Wie erlebt man ein Fußballspiel? Man unterhält sich mit diversen Protagonisten. Man geht ins Fanmuseum. Man schaut sich das alles an. Und wir werden aufgrund dieser Tatsache einen Stand aufbauen. Einen Stand, wo ihr natürlich alle, ein drittes Mikro, euch stellen dürft und sagen dürft, was ihr wollt. Ihr dürft uns kritisieren, ihr dürft uns loben, ihr dürft mit einem Thema kommen. Ihr habt es ja schon mal gesehen, wie das ist. Open Mic bedeutet, jeder darf einfach kommen ohne Anmeldung und über das reden, was er reden möchte. Dabei werden wir verfolgt vom hessischen Rundfunk. Das heißt, ihr werdet dann wahrscheinlich auch gefilmt. Des Weiteren wird der hessische Rundfunk auch mitfahren im Block in Koblenz dabei sein. Das heißt, man fährt auch mit zum Auswärtsspiel. Das ist dann die Woche drauf. Spielen wir ja in Koblenz. Dort wird der HR dann auch vor Ort sein. Und wir haben natürlich ganz klar den HR auch, wie nennt man das denn, sensibilisiert. Das ist das richtige Wort, was ich gesucht habe. Dass nicht alle gefilmt werden wollen. Aber schon mal, ich sage jetzt einfach mal, ja, mit diversen Leuten gesprochen. Man möchte diese Menschen in den Fokus setzen und nicht an irgendwelche anderen. Es geht nicht um das Thema Gewalt. Es geht nicht um das Thema Ultras oder was weiß ich was. Sondern es geht lediglich um dieses Thema, wie ist es, Fußballfan zu sein. Da werden Leute, die Kutte tragen, wird dabei sein. Wird der Freckel dabei sein im Fanmuseum. Wenn wir dabei sein im Podcast und vielleicht noch andere Protagonisten, die ich jetzt hier nicht aufgezählt habe. Lutz ist auch noch dabei. Und da wird es eine schöne Dokumentation geben. Warum haben wir gesagt, dass es interessant für uns ist? Nochmal, der hessische Rundfunk nicht immer das beste Bild vom UFC geliefert. Aber es gibt uns die Möglichkeit, vielleicht einfach mal zu zeigen, dass Kickers Offenbach mehr ist. Mehr ist als Vatertag 99. Mehr ist als Schlägereien aus den 80ern. Sondern einfach ganz viele tolle Menschen, die ganz viele Kleinigkeiten machen. Die ganz am Ende ein großes Puzzle ergeben, das Kickers Offenbach bedeutet oder Kickers Offenbach ausmacht. Und die werden dann dabei sein. Einmal im Heimspiel, einmal im Auswärtsspiel. Beschwerden gerne an uns. Nein, wir haben damit nichts zu tun. Wir wurden nur gefragt. Aber falls ihr irgendwelche Punkte habt, wo ihr jetzt sagt, okay, dann könnt ihr uns gerne natürlich ansprechen. Leiten wir gerne an den HR weiter. Das heißt, rund um das Spiel wird es dann hier und da so eine kleine Kamera geben. Es wird nicht wirklich erkennbar sein. Und es wird mitgefilmt. Also, ja. Damit ihr schon mal Bescheid wisst. Hast du irgendwas hinzuzufügen, was das angeht? Ne, das ist perfekt vorgetragen. Ich habe die ganze Zeit gesagt, ja, das fehlt noch, das fehlt noch, das fehlt noch. Aber hatte ich im Endeffekt alles aufgelöst. Genau. Ne, nichts mehr hinzuzufügen. Ja, hast du es gut ausgeführt, warum wir da auch zugesagt haben. Wie gesagt, wir haben das viel vorhin abgewogen. Aber so hat es uns irgendwie auch die Möglichkeit gegeben, zu sagen, das geht und das geht nicht. Und bevor hier jetzt jemand sagt, ja, warum habt ihr uns nicht empfohlen? Es wurden natürlich auch vom HR von der Seite Sachen abgelehnt. Also nicht, dass es jetzt heißt, wir hätten die in eine gewisse Richtung gedrängt, sondern wir haben verschiedene Vorschläge gemacht. Und der HR hat sich dann entschieden, das wollen wir mit reinnehmen, das wollen wir mit reinnehmen, das wollen wir mit reinnehmen. Genau, richtig. Wir haben Vorschläge gemacht, der HR hat abgenickt, beziehungsweise gesagt, das ist interessant, das nicht. Und wo wir unser Open Mic machen werden, werden wir natürlich dann nochmal breit treten. Es wird irgendwo nicht unterhalb der Waldemar-Kleintribüne sein, sondern sehr wahrscheinlich entweder unter der Henninger Tribüne, Glabsbrotribüne, so ist es jetzt richtig. Oder unter der Hermann-Nuber-Tribüne oder irgendwo draußen, das müssen wir noch mit dem Verein klären, wo wir da auch Strom bekommen und einen Platz bekommen, wo wir auch sicher sind. Also Open Mic bedeutet, das will ich nochmal sagen, jeder, der was sagen möchte, egal was es ist, und wenn du einfach nur irgendwie deinen Senf abzugeben möchtest zur aktuellen Situation, wenn du irgendein Thema hast, komm zu uns, stell euch ans Mikrofon, setz den Kopfhörer auf und wir binden dich natürlich ein. Der ein oder andere aus Leverkusen wird dabei sein und vielleicht auch der ein oder andere Besucher, den wir so noch nicht auf dem Schirm hatten. Und darüber würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr natürlich daran teilnehmt. So, und jetzt kommen wir langsam zum Ende. Bevor wir zum Ende kommen, haben wir ein Spiel heute gespielt. Dieses Spiel ist auf Vorschlag entstanden eines Fans, der immer fleißig den Offcast hört. Und er hat gesagt, Mensch, der Offcast, das ist ja so ein Unterhaltungsmedium inzwischen geworden und wir brauchen noch ein bisschen mehr Spaß bei der Sache. Dementsprechend haben wir ein Spiel gespielt. Das Spiel ist nichts anderes als, der eine gibt dem anderen drei Worte, zum Beispiel Monitor oder Wasserflasche oder sonst irgendwas, die er im Laufe der Aufnahme verwenden muss. Ich kann schon mal verraten, wir beide haben alle drei Worte in dieser Aufnahme verwendet und ihr dürft gerne erraten, welche drei Worte es waren. Die Einsender, die die drei richtigen Worte erraten. Die sechs richtigen. Die sechs richtigen, also jeweils drei. Oder sagen wir vier, vier out of sechs langt. Nee, wir machen sechs richtige. Das muss schon, man muss schon ein bisschen Competition haben. Es ist schon hart. Aber die sechs richtigen Worte erraten und uns per Instagram schicken. Instagram, ganz wichtig. Dann, der bekommt von uns ein T-Shirt zugesendet und genau. Des Weiteren sind wir mit dem Podcast ja immer dabei, immer zu gucken, dass wir irgendwie finanziell über die Runden kommen. Haben wir ja schon das Öftere angesprochen. Also, ihr guckt jetzt gerade auf euren YouTube-Kanal. Wichtig, wir sind wieder bei Football is my first love. Genau. Ganz wichtig. Es wurde sich viel beschwert. Zu Recht. Haben wir jetzt eigentlich das aktuelle Logo bekommen? Nein. Also noch einmal, ich muss es jetzt noch mal ganz kurz breit treten. Ich weiß, du hast zeitlichen Druck, aber ich muss es jetzt noch mal breit treten. Ja. Football is my first love ist unser Sponsor. Weiterhin wurde aufgekauft vom Kicker-Magazin. Das heißt, gehört nicht mehr dem, den es gehört hat, sondern dem Kicker. Und im Rahmen dessen gab es da so ein paar Problemchen aufgrund des Vertrages beziehungsweise natürlich auch des Uploads. Hat es jetzt erledigt. Wir sind jetzt wieder da. Das heißt, das ist der Grund, warum es uns nicht auf Spotify und sonst wo gibt, sondern die sponsern uns. Nicht viel Geld. Das sind ein bisschen zwei, drei Euro, die dann da reinkommen, damit wir die Hosting-Kosten einfach haben oder drin haben. Und dann gibt es für euch natürlich exklusiv noch diesen Podcast auf YouTube. Das heißt, wenn ihr uns folgt auf YouTube, super. Falls nicht, jetzt folgen. Jetzt abonnieren. Wir wollen die 1000 Marke knacken. Das ist unser Ziel. Jetzt abonnieren. Allen Bescheid sagen. Abonnieren. Das kostet euch gar nichts. Es passiert de facto gar nichts. Außer wenn eine Folge hochladen wird, bekommt ihr eine kurze Meldung. Hey, neue Folge ist da. Und für uns bedeutet das aber, je mehr Abos wir haben, desto günstiger wird es am Ende für uns, diese ganze Nummer zu machen. Und wir können den ein oder anderen Euro darüber generieren. Also jetzt abonnieren, ganz wichtig. Und jetzt kommen wir zum Ende. Ich flüstere wieder. Und dann wird es spannend. Denn wir haben jetzt die Frage an. Meine Frage an. Ich fange an diesmal. Okay, du hast das letzte Mal angefangen. Aber okay, fange diesmal an. Ist mir egal. Ich fange jetzt wieder an. Was ist deine Frage? Ich hatte eigentlich, ich werde es ein bisschen zusammen vorstellen, weil das ist ein bisschen zu hart. Ich hatte eigentlich geschrieben, deine Wunschliga mit insgesamt 17 weiteren Mannschaften zusammen mit dem UFC. Also du musst mir erstmal sagen, in welcher Liga du gerne spielen würdest und dann mit welchen Mannschaften. Aber wir machen nicht 17. Das ist ein bisschen krass. Wir machen 10. Ich gucke mal, dass ich 17 zusammenkriege. Es geht schnell. 17? Okay, ich zähle mit. So, okay. Fangen wir mal an. Also, ich würde gerne mit dem UFC irgendwann mal in der 2. Liga spielen. Und ich würde super gerne in dieser 2. Liga eine Mannschaft aus Hamburg haben. Idealerweise der HSV. Kann aber auch von mir aus St. Pauli sein. Also HSV. Ich möchte in dieser 2. Liga Vereine haben wie MSV Duisburg. Auf jeden Fall den BFC Dunavo. Das wäre mein Traum. Magdeburg. Weil da haben wir noch eine Rechnung offen. Karlsruhe SC. Eine Freunde aus Karlsruhe, die ich sehr, sehr sympathisch finde. Ich möchte nichts Kleines haben. Ich will große Vereine haben. Ich will sowas haben wie Hansa Rostock. Ich will unbedingt haben Kaiserslautern. Oh ja. Und auf jeden Fall Bremerbrücke, Osnabrück. Ich vermisse sie schon. Da will ich unbedingt wieder hin. Was, wen will ich denn eigentlich noch so drin haben in der 2. Liga? Ich überlege gerade mal. Wer spielt denn eigentlich noch so? Wen haben wir denn noch nicht? Düsseldorf. Fortuna Düsseldorf. Genau. Will ich noch dabei haben. Ich will Hannover 96 dabei haben. Ja, so eine große Mannschaft. Schon geil. Ich meine, Schalke gehört einfach nicht in die 2. Liga. Müssen wir alle sagen. Die gehören eigentlich in die 1. Aber ich hätte schon sowas gern wie Hertha. Mal nach Berlin fahren. Zweimal im Jahr. Einmal zum BFC. Einmal zur Hertha. Geil. Ich liebe Berlin. Ich liebe die Stadt. Und da mal mit dem Kicker ist richtig Gas zu geben. Mit dem Zug hinfahren. Hätte ich voll Bock drauf. Sag mal 11. Also richtig. Du brauchst nur 6 Stück. Richtig die Sau rauslassen. Ja, komm ich dir sofort hin. Dynamo Dresden, ganz klar. Dann will ich in dieser Liga auch Rot-Weiß Essen sehen. Ich will in dieser Liga auf jeden Fall auch noch sehen 60 München. Wir müssen auch nochmal in den Süden. Dann will ich auch irgendwie so einen Hassverein. Natürlich die andere Main-Seite. Ich will das Derby haben der zweiten Liga. So, und wie viel fehlen wir noch? Zwei Stück. Zwei Stück. Zwei Stück. Nix Kleines. Ich will große Vereine haben. Ich will in dieser zweiten Liga haben Arminia Bielefeld. Und last but not least, wen habe ich verpasst? Weißt du was? Da nehme ich in Viertligisten. Weißt du, es verdient haben Arminia Aachen. Ja, ist gut. Wow. Das wäre, wow. Ja, okay. Und wenn wir so eine Liga hätten, ich hätte meine Fahrten nach Berlin, ich hätte meine Fahrten nach Hamburg, ich würde so hart, ich würde auf St. Pauli, alter, würde ich die Rehberbahn abreisen. Ich würde in Berlin so Gas geben. Dann nach Hohenschönhausen, alter, in Sportforum. Und natürlich geile große Stadien, Oldschool-Sachen dabei, richtig coole Nummern. Auf diese Nummer hätte ich so richtig, richtig Bock. Also da möchte ich schon, ja, da möchte ich schon irgendwie, ja. Ich glaube, wir hatten nicht eine bayerische Mannschaft, aber das ist okay. Doch, doch, 60. 60, stimmt, 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 ja. Ja, cool. Ja, eine Fahrt nach München muss drin sein, genau. Gefällt mir. Hast du irgendwas im Zuzufügen? Gibt es eine Mannschaft, die ich verpasst habe, wo du sagst, die hat dir noch gefehlt? Nee, war Gutes dabei. Zwei Ostmannschaften wären dabei. Alles dabei. Nee, ich finde es gut. Ich finde es gut. So, dann kommt meine Frage an dich. Meine Frage an dich. Und zwar ist mir mal aufgefallen, wir haben ja vorm Spiel immer so eine Show. Also im Sinne von, also ich nenne es jetzt einfach mal Show in Anführungszeichen. Das heißt, so einen festen Ablauf vom Event-Team. Wie in mancher Ausstellung herausgesprochen, es wird dies gemacht, es wird die Hymne gespielt, es wird das gemacht, der Einlauf mit der Musik, die sich ständig ändert und so weiter. Stell dir mal vor, Geld und Zeit würde keine Rolle spielen. Auch Stadienverbote, völlig irrelevant. Ich möchte es ganz kurz machen. Wie sieht der perfekte Einlauf für dich auf? Welche Musik spielt da? Was passiert? Weil, es ist irgendwie, ist es nicht, ist es, also wenn du rauskommst heute, du zitterst nicht. Gib, gib auf YouTube Kickers Offenbach VfR Mannheim 1997 ein und du weißt das. Fertig. Also, wenn du sagst, Stadienverbote spielt keine Rolle, diese Pyroshow. Ganz klar. Auch mit dem, ich glaube in dem Spiel war es auch, wo die dann das OFC-Logo einfach in Bengalo, also nicht Logo, sondern OFC in Bengalo auf der damaligen Orient-Tribüne heutige Klapsbräu gemacht haben. Das ist ja, ich glaube, mehr kannst du dich nicht in die Hose scheißen. Hättest du jetzt nicht gesagt, okay, ich darf nur geringfügig was ändern und Geld oder so spielt es, also wirklich was Realistisches, wo ich sage, kannst du es ändern. Ich habe wirklich schon lange einen Wunsch, wirklich einen Wunsch, dass du eine Sache spielst vorm Spielen, das ist mein Freundes Offenbacher. Einfach, dass das zum Einlaufen kommt. Das fände ich einfach so geil. Was ich gut finde, ist, dass die jetzt die letzten drei, vier Minuten immer komplett durchlassen, ja, also dass da nichts passiert, sondern dass die Stimmung von den Fans übernommen werden kann. Aber so zum Einlaufen, mein Freundes Offenbacher von Lore. Das wäre so, ja, das finde ich geil. Ah ja. Aber ja. Ja, ich habe noch zum Beispiel im Kopf gehabt, so dieses, dass das Stadion abgedunkelt wird. Ja, aber wir spielen doch zu 90 Prozent im Hellen, also auch ein Freitagabendspiel jetzt meinst du. Ja, so ein Freitagabendspiel, das ist scheinbar wieder abgedunkelt, weißt du, die Flutlicht wird auf Schalke. Geht halt nicht, weil bis unser Flutlicht hochgefahren ist, ist das Spiel vorbei, ja. Das heißt, wir haben ja keine geilen LEDs oder so, sondern wir haben ja die alten Flutlichter und, beziehungsweise die alte Flutlichttechnik. Nichtsdestotrotz, das fände ich halt cool, das finde ich halt in ganz, ganz vielen Stadien toll, wenn das dann wirklich ganz dunkel ist, du hast diese Atmosphäre hier und da. Ich meine, du musst jetzt keine Lichtshow haben, aber halt einfach dunkel, ja. Dann kommt irgendwie richtig ekelhafte Mucke und dann die Fans sind voll da, da hätte ich voll Bock drauf. Und am besten die Scheinwerfer auf die Fantribüne, auf die Waldemar Klein gerichtet, weißt du? Dass du nur die Waldemar Klein siehst und der Rest ist dunkel. Ich glaube, dann scheißt du dir in die Hosen und da muss richtig Hass kommen. Wäre was geiles für so ein Pokalspiel irgendwie abends, ja. Das wäre brutal, aber es geht leider bei uns nicht. Das geht leider bei uns nicht. Ich habe mir das jetzt noch ganz kurz beim Spiel gegen FSV gedacht. Bin ich da so lang gelaufen und dachte mir, wie geil wäre das jetzt einfach, wenn es einfach so ein 34. Spieltag ist oder ein 32. Spieltag in der 2. Liga, wir sind irgendwo im Mittelfeld, nach oben geht nichts mehr, nach unten geht nichts mehr. Herr Gladbach kommt, wir werden irgendwie 7-1, wie schon mal, weggeklatscht. Und mir wäre es scheißegal, weil wir einfach in der scheiß 2. Liga spielen würden und es wäre so geil. Und soll ich dir was sagen? Und das ist mein letztes Wort. Und wenn du in der 2. Liga spielen würdest, dann kommt irgendwann der 1. und sagt, irgendwann müssen wir auch mal in die 1. Ja, absolut. In diesem Sinne. Genau. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Nochmal, abonniert uns. Seid dabei am 20. April, wenn wir live einen Podcast aufnehmen. Ihr könnt mitsprechen. Ihr könnt am Mikro sein. Haltet dem UFC die Treue. Es ist gerade ein bisschen langweilig. Aber noch mal, der Sommer kommt. Es wird wieder einfach... Perfekter Folgentitel. Der Sommer kommt. Ist so. Der Sommer kommt. Auch in Offenbach. Und ja, das wird... Da kommt wieder die Vorfreude, kommt wieder die Euphorie. Die neue Liga wird dann wieder starten, direkt nach der Europameisterschaft. Dann werden wir wieder denken, ach du Scheiße, was ist das für ein Fußball, den wir alle Europameisterschaft geguckt haben. Nichtsdestotrotz, bleibt dem UFC treu. Bleibt uns treu. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Und die letzten Worte hatten wir in der Bahre. Wie immer der wunderbare Sebastian. Ich verabschiede mich mit nur der UFC. Wunderbar. Da schließe ich mich an. Ich wollte gar nichts mehr sagen. In diesem Sinne. Marco hat es gesagt. Bleibt treu. Nur der UFC. Ciao. Ciao.